Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie außerordentlich an einem so schönen Donnerstagnachmittag im und am Käthe Hamburger Kolleg Recht als Kultur begrüßen zu dürfen. Ich könnte eine ganz lange Liste aufmachen an Persönlichkeiten, Personen, Freunden, auch Individuen dabei im Übrigen, die es verdient hätten, einzeln hervorgerufen zu werden. Die Zeit haben wir dafür im Einzelnen nicht, aber ich finde es besonders bemerkenswert, dass wir uns heute zu einer gemeinsamen Tagung der DGS-Sektionen Rechts- und Religionssoziologie zusammenfinden. Solche Begegnungen sind keinesfalls so selbstverständlich, wie man sich das vorstellt. Man würde sich denken, wenn man in die Geschichte unserer Disziplin hineinschaut und das Institutionen geschichtlich betreiben würde, wir hätten uns eigentlich ständig begegnen müssen in diesen beiden Sektionskontexten. Das ist aber merkwürdigerweise gar nicht der Fall. Dass diese Tagung nun unter dem Dach des Käthe Hamburger Kollegs Recht als Kultur stattfindet, ist eine ganz besondere Freude für mich. Denn im Spektrum der hier im Hause anvisierten Problematik der Rolle von Recht in der kulturellen Moderne spielen Bezüge zur Religion eine ganz herausragende Rolle. In dem nach analytischen Frageschritten aufgegliederten Kollegprogramm, es gibt also in aller Fülle, haben wir hier Propagandamaterial zur Verfügung. Da können Sie sich genau informieren über das, was bei uns geschieht und ob Sie nicht doch irgendwann sich auf ein Fellowship bewerben wollen zum Beispiel. Also eine Institution, die sehr großzügig vom BMBF gefördert wird und vom DLR als Projektträger nachhaltig unterstützt wird, nimmt die Beziehung von Recht und Religion einen besonderen Platz ein. Wir gehen doch davon aus, dass eine Fülle von rechtskulturellen Konfliktlagen damit verbunden sind, dass die Verknüpfung von Rechts- und Gerechtigkeitsbildern mit religiöser Weltdeutung ein ganz eigenes Konfliktpotenzial enthält. Auch wenn in der Generation der Gründerväter der Soziologie in Deutschland die Verwandtschaft und auch Spannung von Religion und Recht mit einer großen Selbstverständlichkeit gehandelt wird, mit dem Ergebnis, dass Bebers Erbe weder für die Konstitution von Rechtssoziologie bestritten werden könnte, noch sein Beitrag zur Religionssoziologie zu unterschätzen ist und wahlverwandtschaftliche Beobachtungen zu Dürkern, gerade Recht und Religion als Paradigmen seiner Art von Gesellschaftsanalyse sichtbar werden lassen, bleibt es natürlich eine ganz andere Frage, ob und wie sich eine derartig zwingende Verknüpfung und Ausdifferenzierung auch Institutionen und Disziplin geschichtlich verfolgen lässt. Das hätte eine ganz eigene Untersuchung erfordert, wenn man dieses auch Soziologie, Kulturen, nationale Soziologie, Kulturen überschreitend analysiert und betrachtet hätte. Wir müssten sicherlich zwischen einer britischen und einer italienischen, einer französischen Tradition, einer amerikanischen Lage sicherlich unterscheiden und wie sich das im Laufe einer Internationalisierung und Globalisierung der Disziplin, die eine eigene Weltsprache hervorgebracht hat, die man Soziologie nennt, wie sich das in diesem Zusammenhang entfaltet hat, wäre noch einmal eine eigene und denke ich auch interessante Untersuchung wert. Ich werde etwas sehr viel Bescheiden aus tun. Ich möchte nur ein kleines Schlaglicht auf die Geburtswehen einer institutionell verankerten Rechtssoziologie werfen, die mit dem ersten Soziologentag und der Rolle verbunden ist, die Max Weber in ihr gespielt hat. Angesichts auch der Gegenwart unseres ehemaligen Präsidenten der DGS ist das sozusagen eine Referenz an die Institution. Auch wenn Weber selbst auf dem ersten Soziologentag nicht als Hauptredner fungiert, Sie erinnern sich vielleicht daran, liefern die von ihm eingeworbenen Beiträge von Andreas Vogt über Wirtschaft und Recht von Hermann Kantorowitsch, ein interessanter, denke ich in jedem Fall, über Rechtswissenschaft und Soziologie auf dem ersten Deutschen Soziologentag vom 19. bis 22. Oktober 1910 die Gelegenheit, die Kernpunkte seines Anliegens, nämlich der Stammlerkritik vor einem ausgesuchten Kreis im Verlauf der Diskussion in die Debatte einzuspielen. Wir wissen aus der Korrespondenz mit Hermann Beck, dem Geschäftsführer der neu gegründeten Deutschen Gesellschaft für Soziologie, wie stark Weber in die Planungen des Soziologentags eingebunden war. Der Themenbereich Wirtschaft, Recht, Rechtswissenschaft, Soziologie ist von Weber damals lanciert worden und die Präsenz der beiden Referenten ist seiner Einwerbung auch zu verdanken. Es gab eine Zusammenkunft, eine Anzahl führender Freirechtler im Hause Gustav Radbruchs im Juli 1910, da gehörten neben Radbruch Ehrlich, Hermann Kantorowitsch, Erich Jung, Hugo Sinsheimer dazu. Hier unterrichtete Radbruch Kantorowitsch am 27. Juli darüber über ein Gespräch mit Weber, in dem dieser sich prinzipiell offen gezeigt habe für die Idee, dass einer von ihnen auf dem Soziologentag sprechen werde. Weber hat dies dann im Zuge der weiteren Planung des Soziologentags auch realisiert, aber nicht nur programmatisch gedachte Redebeiträge wurden anvisiert, sondern die DGS sollte durch Kantorowitsch angeregt eine Abteilung für Philosophie und Soziologie des Rechts erhalten. Das war 1910 geplant. Und damit einen starken rechtssoziologischen Akzent erfahren, wie Weber dann auch in einem Brief an Hermann Beck fordert. Und selbst nach dem inzwischen berühmten und von Ihnen sicherlich auch mehrfach studierten skandalösen Ablauf der Diskussion zu dem Beitrag von Kantorowitsch, der durch sein Thema der Beziehung von Rechtswissenschaft und Soziologie den Sprengstoff der Werturteilsfrage in sich enthielt, an dem sich dann auch Webers Zorn gegenüber Tönnies entzündete, selbst nach diesem Eklat hält Weber in einem Schreiben an Franz Ollenburg daran fest, dass Sektionen nicht nur für Statistik, Gesellschaftsbiologie, Theoretische Nationalökonomie, das waren die Themen, die damals en vogue waren und Disziplin, sondern auch für Rechtssoziologie gebildet werden könnten. Er insistiert nach dem Eklat in seinem Schreiben an den Vorstand der DGS, dass es möglich sein muss, die Beziehung zwischen Soziologie und anderen Wissenschaften bei uns zu diskutieren, also auch der Rechtswissenschaft, die steht außer Frage. Einen Tag später schreibt er dann an, resigniert an Tönnies, die Möglichkeit einer rechtssoziologischen Sektion scheint vernichtet, nun vielleicht gelingt es doch noch, verständige Juristen heranzuziehen. Nun, das ist natürlich eines der Hauptprobleme, einfach das Austausch zwischen Kulturwissenschaften und Jurisprudenz, nicht nur verständige Kulturwissenschaftler, sondern eben auch die verständigen Juristen zu finden. Und ich freue mich sehr, dass zum Beispiel Frau Detloff zu denjenigen gehört, die sich als solche allein dadurch geoutet haben, dass sie bei uns einfach so intensiv mitwirken. Jede Art von Rechtssoziologie, die den Kontakt zu den normativen Grunddisziplinen verlieren würde, wäre natürlich von vornherein verloren. Und insofern ist es auch seinerzeit in Webers Perspektive selbstverständlich gewesen, dass hier der Bezug zur Jurisprudenz auch für eine rechtssoziologische Rekonstruktion der Welt absolut unabdingbar ist. Allerdings ist es nicht zur Konstituierung einer rechtssoziologischen Sektion gekommen und es wurden auch die von Weber angelockten Juristen für die Arbeit der DGS letztlich nicht gewonnen. Noch für die Publikation der Verhandlungen allerdings, worüber wir überhaupt über diese Vorgänge informiert sind, drängt Weber seinem Verleger gegenüber auf baldige Drucklegung, damit nun an anderem Ort auf einer Juristentagung, nämlich auf dem Zweiten Kongress der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Staatsphilosophie, die Ergebnisse der Debatten über das Verhältnis von Rechtswissenschaft und Soziologie zur Kenntnis genommen würden. Das ist einfach der Grund, warum ich das noch einmal erzähle und an diese Geschichte erinnere, dass es diesen lebhaften Austausch bereits einmal vor über 100 Jahren gegeben hat und wir nichts Neues erfinden, sondern wir mit unter den Eindruck haben, dass wir Anschluss an Diskussionen finden müssen, die wir zwischendurch einmal vielleicht zwischendurch eben auch verloren haben. Nicht unerheblich für das Scheitern des Institutionalisierungsversuchs war Webers trügerische Hoffnung, über den hochgeschätzten Kantorowitsch auch die Freirechtsbewegung mit einbinden zu können. Im Vorfeld des Soziologentages hatte Weber dem Geschäftsführer Hermann Beck gegenüber Kantorowitsch nämlich mit der Überlegung als Redner angepriesen, weil die Herren von der freirechtlichen Bewegung, welche heute zweifellos die besten Köpfe der jüngeren, soziologisch-philosophisch interessierten Juristen umfasst, gern auf dem Soziologentag erscheinen würden, wenn einer von ihnen dort zu Worte käme. Und damit verwandt sich dann auch die Hoffnung auf eine gute Beteiligung der Rechtsphilosophen. Diese besten Köpfe der jüngeren, soziologisch-philosophisch interessierten Juristen waren freilich nicht so einfach zu handhaben, wie die Reaktionen auf den ersten Debattenbeitrag zu Kantorowitsch, Vortrag über Rechtswissenschaft und Soziologie belegen. Ernst Fuchs hatte nämlich die These gewagt, dass Werturteile in der Beziehungsanalyse von Rechtswissenschaft und Soziologie nicht auszuschließen seien, ein Sakrileg, wie wir wissen, für die Werturteils-Asketen. Im Übrigen stand ja der Versuch einer normenbegründenden soziologischen Rechtslehre, wie sie Fuchs vertrat, in unvereinbarem Gegensatz zu den methodologischen Grundüberzeugungen Webers, die schließlich in die scharfen, gegen die Freirechtler gerichteten Formulierungen des achten Paragrafen der Rechtssoziologie, der sogenannten Rechtssoziologie dieses Rechtstextes, Rechtstextes, den wir inzwischen auch in der historisch-kritischen Gesamtausgabe zur Verfügung haben, Eingang finden werden. Die brisante Frage der Beziehung zwischen den Rechtswissenschaften und einer Soziologie, von der die Freirechtler in Webers Augen jedenfalls noch gar nichts wussten, was überhaupt sein sollte, war geeignet dafür, den offenen Dissens sichtbar zu machen. Es bleibt festhalten, dass die DGS seinerzeit kein idealer Ort für eine soziologische Betrachtung des Rechts gewesen wäre, auch wenn ihre prominentesten Mitglieder wie Tönnies und Simmel ja keineswegs blind für die soziologische Bedeutung des Rechts waren. Ferdinand Tönnies, das wird vielfach vergessen, hatte gar das dritte Buch in Gemeinschaft und Gesellschaft als soziologische Gründe des Naturrechts überschrieben. Und Georg Simmel wusste immer wieder auf das Recht, wenn auch als eine ewige Krankheit, zurückzukommen. Von gewissen Grundtatsachen aus logisch entwickelt, in einem Kodex feste Gesetze niedergelegt, von einem besonderen Stande getragen, gewinnt es den anderweitigen, von den Personen empfundenen Verhältnissen und Bedürfnissen des Lebens gegenüber jene Starrheit, durch die es sich schließlich wie eine ewige Krankheit forterbt, Vernunft zum Unsinn, Wohltat zur Plage wird. Dennoch ist die Institutionalisierung des Themas Recht in der DGS seinerzeit nicht geglückt. Für Weber konnte das die Notwendigkeit, etwas Eigenes zu liefern, nur steigern, denn wo andere, wie er das sagt, Minderleistungen produzierten, setzte Webers Ehrgeiz ein. Und dieser Ehrgeiz hat sich dann in den Texten zu Wirtschaft und Gesellschaft, zu diesem Torso-Werk, in der Rechtssoziologie sukzessive von der Auseinandersetzung mit Stammler, sich ablösend, in eine Analyse kultursoziologischer Art verzweigt, in der Rechtskulturen in idealtypischer Weise so gezeichnet werden, dass für uns heute auch daraus verständlicher wird, wieso es zu bestimmten konflikthaften Kontakten und auch konflikthaften Auseinandersetzungen zwischen diesen rechtskulturellen Prägungen der jeweiligen Sonderwelten, ob das im Islam, ob das in Indien, ob das in christlichen Traditionen oder jüdischen Traditionen, im chinesischen oder in anderen Kontexten geschehen ist. Unser Ehrgeiz heute nur geht, meine ich, über das Scheitern dieser Ausgangslage hinaus. Und das ist ja schon mal außerordentlich erfreulich. Denn die von Herrn Kollegen König und Herrn Kollegen Schäffer eingeworbenen Beiträge auf dieser Tagung geben hiervon aus meiner Sicht Zeugnis. Ich stelle sie nicht in ihrem inneren Zusammenhang vor, weil es die Aufgabe des nächsten Sprechers ist, nämlich des Sprechers der Sektion Rechtssoziologie, der zugleich auch demnächst zu dem eigenen Thema, das er für die Vorstellung seiner Perspektive und der Thematisierung der zentralen Fragestellung ausgewählt hat, nun gleich zu uns sprechen wird. Ich möchte uns allen, meine Damen und Herren, und hierbei möchte ich neben den Gästen aus den beiden Sektionen auch besonders unsere Fellows aus unterschiedlichen Disziplinen wie Philosophie, Islamwissenschaft, Jurisprudenz, Politikwissenschaft und auch Soziologie im Übrigen in diese Begrüßung einschließen. Ich möchte uns allen schöne Vorträge, ein weiterhin auch animierendes Wetter und mythische Blicke auf den Rhein und ins Siebengebirge und auf den Drachenfels wünschen, spannende Diskussionen und viele Anregungen für eine weitere Erforschung von Recht und Religion in soziologischer Perspektive. Das wird unsere Aufgabe heute und morgen sein. Ich freue mich sehr darüber, dass wir das gemeinsam tun werden. Meine Aufgabe besteht nun darin, und das tue ich sehr gerne, Herrn Kollegen Matthias König in aller Kürze vorzustellen. Er ist Ihnen ja bekannt. Ich will jetzt den Studienweg von der evangelischen Theologie und Religionswissenschaft der Universität Hamburg und den einzelnen Studienstationen Princeton University eingeschlossen nicht durchbuchstabieren. Aber es ist, glaube ich, für Sie interessant, daran erinnert zu werden, dass die Promotion in Soziologie zum Thema Staatsbürgerschaft und religiöse Pluralität in postnationalen Konstellationen in Marburg doch eine sehr große Resonanz ausgelöst hat und auch die Habilitation über Weltgesellschaft und institutionellen Wandel, Studien zur Transformation des Nationalstaats. Ich schaue da bei Martin Ordo etwas noch einmal besonders an, bei dieser Themenformulierung uns wichtige Beiträge zum Verständnis moderner Gesellschaften geliefert haben. Mir fällt gleichzeitig aber auch aus den zahlreichen Publikationen auf, dass immer wieder das Thema der Menschenrechte auftaucht als ein Objekt, mit dem sie sich intensiv befasst haben und in dem sie gerade auch der Auffassung waren, wenn man in diese Texte hineinschaut, dass man durchaus von den Klassikern profitieren könne. Sei es Dürkheim, sei es Weber und ich habe in Fußnoten sogar entdeckt, dass sie auch meine eigenen Arbeiten zitiert haben. Das ist nicht der einzige Grund, weshalb ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in diesen beiden Tagen besonders freue, sondern ich möchte wirklich auch zum Ausdruck bringen, dass ich mir wirklich vorstellen kann, dass diese Begegnung der beiden Sektionen tatsächlich in diesem für die Soziologie zentralen Thema uns zumindest an vieles erinnern kann, was auf unserem Aufgabenkatalog an erster Stelle zu stehen hätte. Dass sie inzwischen in Göttingen sind und dass sie dort auch als Fellow tätig sind, all dies ist in diesem Kreis bekannt und ich werde auch nicht den Fehler begehen, ihre Herausgebertätigkeiten en detail zu erwähnen. Allein schon aus dem Grund, weil ich mir vorstelle, dass wir nach einer gelungenen Tagung mit so interessanten Referaten, wie es vom Programm her zu erwarten ist, wir uns durchaus vorstellen könnten, dies auch in unserer Publikationsreihe Recht als Kultur den weiteren und nachfolgenden Soziologie-Generationen und denjenigen, die sich mit uns auseinandersetzen, überliefern zu wollen. Aber das werden wir noch sehen. Herr König, Sie haben das Wort. Ich bin gespannt auf Ihren Vortrag. Lieber Herr Gebhardt, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und Eröffnung dieser Tagung. Ich möchte das jetzt für den Vorstand zumindest der Sektion Religion und Soziologie noch mit ein, zwei Worten erweitern, bevor ich dann zu meinem eigenen Vortrag komme. Recht und Religion, Sie haben es eben gerade ja von Herrn Gebhardt gehört, gehören seit den Klassikern zum thematischen Kernbestand soziologischer Theoriebildung. Und zwar in unterschiedlicher Art und Weise. In der Dürkheimischen Traditionslinie standen Recht und Religion im Mittelpunkt der Analyse sozialer Bindungen und gesellschaftlicher Integration. In der Weberischen Traditionslinie hingegen sind Recht und Religion prominente Beispiele für Prozesse der Entstehung und Rationalisierung eigenlogischer Wertsphären und damit der Ausdifferenzierung autonomer Handlungsfelder. In beiden Traditionen aber, deren Fortwirken bis heute sehr schön nachgezeichnet werden könnten, gewinnen Recht und Religion zentrale Bedeutung für die Analyse moderner Gesellschaften. Insofern verwundert es, dass trotz dieses Erbes sowohl die Rechts- als auch die Religionssoziologie in der Nachkriegszeit lange Zeit als eher marginale spezielle Soziologien im deutschsprachigen Raum galten. Im deutschen Sprachraum hatte dies nicht zuletzt mit der institutionellen Verankerung beider Teildisziplinen außerhalb der akademischen Soziologie, nämlich zum einen innerhalb der praktischen Theologie und zum anderen innerhalb der angewandten Rechtswissenschaft zu tun. Seit etwa zwei Dekaden aber haben beide Forschungsfelder eine Renaissance innerhalb der sozialen Kulturwissenschaften erfahren, die, das wissen Sie alle, sich vor allem aufgrund des enormen Aufmerksamkeitszuwachses der Religion erklären kann. Um diese institutionell wie intellektuell weitgehend unabhängigen Entwicklungen in beiden Forschungsgebieten der Rechts- und Religionssoziologie etwas zusammenzuführen, haben die beiden DGS-Sektionen Rechts- und Religionssoziologie, Herr Gebhardt hat es gerade bereits angesprochen, eine gemeinsame Tagung geplant. Und wir haben uns besonders gefreut, dass Herr Gebhardt sich dazu bereit erklärt hat, das schöne Käthe-Hamburger-Kolleg in Bonn als Austragungsort für diese Sektionsbegegnung zur Verfügung zu stellen und ich möchte an dieser Stelle Ihnen dafür auch meinen herzlichen Dank im Namen beider Sektionen aussprechen. Wir sind bei dieser Tagung, wie das bei DGS-Sektionstagungen oftmals, oder zumindest ein mögliches Format ist, so vorgegangen, dass wir jetzt nicht gezielt Vertreterinnen und Vertreter aus dem Fach eingeladen haben, sondern wir haben einen Call for Paper publiziert, um gerade dadurch auch jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Gelegenheit zu geben, mit ihren Themen hier Teil des Programms zu werden. Wir hatten einen sehr guten Rücklauf auf unseren Call for Papers und konnten dann eine Auswahl treffen, deren Ergebnisse Sie in dem Programm vor sich haben. Es ist eine Auswahl, die sowohl, was die personelle Zusammensetzung angeht, eine sehr gute Heterogenität darstellt, zwischen, wie gesagt, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der einen Seite, Kolleginnen und Kollegen in der mittleren Phase ihrer Karriere und älteren Kolleginnen und Kollegen zum anderen. Es ist aber auch eine Mischung von Themen, die sehr schön das Spektrum der Problemlagen im Verhältnis von Religion und Recht ausleuchtet und die uns als Struktur auch für die Tage in den nächsten beiden Tagen, heute und morgen, dienen sollen. Wir beginnen heute zunächst einmal mit einer Sitzung über religiöse Prägungen moderner Rechtsordnungen, also eine Frageperspektive, die nach den religiösen Ursprüngen, den religiösen Prägungen, den religiösen Einflüssen auf die sich entwickelnden Rechtsordnungen in modernen Gesellschaften fragen. Wir setzen dann morgen die Diskussion fort mit der genau umgekehrten Fragerichtung, in der es um die rechtliche Prägung moderner Religion geht, also um die Frage, inwieweit rechtliche Rahmenbedingungen durch die normativen Prinzipien des Zusammenlebens, die sie darstellen, aber auch durch die kognitiven Prinzipien der Definition von Religion, die sie beinhalten, das, was moderne Religion darstellt, ihrerseits prägen. Und wir schließen dann mit einer dritten Sitzung, in der es um die Konkurrenz rechtlicher und religiöser Normativität geht, eine Frage, die im Zentrum vieler gegenwärtiger aktueller Kontroversen, vor allem in Einwanderungsländern, steht. Man denke nur an die Debatten um die Einrichtung von Scharia, Arbitration, Tribunals in Großbritannien. Das ist also das Programm für die zwei Tage und wir beginnen jetzt mit dem ersten Teil, in dem es um religiöse Prägungen moderner Rechtsordnungen geht. Zu den sozialen Kräften, die den normativen Gehalt und auch die institutionelle Gestalt moderner Rechtsordnungen ausmachen, gehört die Religion zweifelsohne. Um diese religiösen Prägungen nachzuvollziehen, bedarf es zum einen historisch-soziologischer Arbeiten, die etwa den Einfluss religiöser Glaubensinhalte und deren Trägergruppen auf die Entwicklung spezifischer Regelungsgegenstände und Regulationen staatlichen, aber auch internationalen Rechts erforschen. Ebenso von Interesse sind aber gegenwärtsorientierte Forschungen, die den Einfluss religiöser Akteure auf legislative wie judikative Verfahren und deren Problematisierungen beleuchten. Relevant sind in diesem Zusammenhang natürlich auch Forschungen zum strategischen Rechtsbezug religiöser Organisationen oder zum Einfluss religionsnahe Juristen auf die Rechtsentwicklung. Das ist das Themenspektrum, das es in der heutigen Nachmittagssitzung geht und wenn Sie auf das Programm schauen, werden Sie sehen, dass die unterschiedlichen Facetten hier ausgeleuchtet werden. Wir beginnen mit einem Beitrag von mir selbst zum internationalen Recht. Wir setzen dann fort mit einer empirischen Studie zur Religionsfreiheit im deutschen Kontext und wenden uns dann der Situation in Ägypten zu. Der Vortrag von Monika Wohlrabsaar musste leider aufgrund eines Todesfalls im engeren Kollegenkreis kurzfristig abgesagt werden. Da bitte ich um Ihr Verständnis und denke aber, dass wir die Zeit entsprechend für die Diskussion gut nutzen können. Gut, damit wechsle ich jetzt die Rolle und werde vom Mitorganisator der Tagung zum Vortragenden meines eigenen Vortrags, in dem es um religiöse Mobilisierung und Religionsfreiheit im internationalen Recht gehen soll. In meinem Beitrag, der einen Teilaspekt des Tagungsthemas beleuchtet, nehme ich wahrscheinlich die am stärksten makrosoziologisch ausgerichtete Perspektive unter den Beiträgen in dieser Tagung ein. Es geht mir nämlich um die religiöse Prägung des Völkerrechts. Beim Völkerrecht war bekanntlich lange Zeit unklar, ob es überhaupt als Recht bezeichnet werden dürfe. Folgte man den Zwangstheorien des Rechts, so auch in der klassischen Soziologie von Weber oder weniger explizit von Dürkheim vertreten, so musste man dem Völkerrecht den Rechtscharakter abstreiten. Theodor Geiger, einer der wichtigsten Begründer der Rechtssoziologie, konzidierte dem Völkerrecht immerhin den Status eines Rechts in Statu nas Zendi. Max Haller, der als einer der ersten überhaupt das Programm einer Soziologie des Völkerrechts in den 20er Jahren verfolgte, geht noch einen Schritt weiter, wenn er das Völkerrecht zunächst gewohnheitsrechtlich aus der Staatenpraxis herleitet, ihm dann aber, wie anderen Rechtsformen auch, eine Tendenz der Verselbstständigung in seiner Sprache, eine Eigengesetzlichkeit in Lebers Sprache attestiert. Gerade diese Eigenschaften des Völkerrechts machen die Frage nach der religiösen Prägung seiner Rechtsordnung aber umso interessanter. Gerade in Statu nas Zendi einer Rechtsordnung sollten die Rechtsnormen schließlich für außerrechtliche Einflüsse offen seien und zu ihnen gehört auch die Religion. Tatsächlich haben Historiker des Völkerrechts und der Völkerrechtswissenschaft, wie alleine die aktuellen Arbeiten von Marty Koskin-Yemi zeigen, eine große Sensibilität gegenüber deren christlichen Prägungen entwickelt. Das heutige universelle Völkerrecht geht in wesentlichen Prinzipien, insbesondere der staatlichen Souveränitätsnorm, auf das zunächst einmal europäisch-regionale Jus Publikum Europäum zurück, das seinerzeit aus der westfälischen Transformation der älteren Respublica Christiana hervorgegangen war. Solche Prägungen zeigen sich auch im Selbstverständnis der Völkerrechtswissenschaftler gerade des 19. Jahrhunderts. Bei Wheaton oder bei Blunschli findet man entsprechende Formulierungen, die dann auch Vorbehalte gegenüber dem Einbezug nichtchristlicher Staaten als Völkerrechtssubjekte in den Kreis des Völkerrechts beinhalteten. Sie zeigen sich aber auch in der Staatenpraxis jener Zeit, in denen die Definitionen eines Zivilisationsstandards, der als Kriterium für die Aufnahme in die Gemeinschaft souveräner Staaten galt, und noch in der Völkerbundzeit, man denke an das berühmte Wimbledon-Urteil, lange verweigert wurde, ihre christliche Prägung nicht verleugnen konnten. Die Frage nach der religiösen Prägen des Völkerrechts erschöpft sich aber nicht in dieser kulturellen Prägung, sondern sie verlangt nach der soziologischen Analyse der sozialen Mechanismen, über die jene kulturellen Prinzipien in das Normengefüge des Völkerrechts vermittelt wurden. Genau in diese Richtung zielt mein Beitrag, in dem ich erste, noch ganz vorläufige Ergebnisse von historisch-soziologischen Forschungen zur völkerrechtlichen Institutionalisierung von Religionsfreiheit zur Diskussion stellen möchte. Um das etwas kurz zu verordnen, ist dies ein Teilgebiet meiner derzeitigen Forschung von mehreren miteinander verknüpften Projekten, die an der Schnittstelle von Rechts- und Religionssoziologie liegen. In anderen Projekten geht es mir eher um die Entwicklung im Verfassungsrecht oder um die Entwicklung in der Rechtsprechung auf der europäischen Ebene, etwa des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Hier und heute möchte ich aber eben einen historisch-soziologischen Anlauf unternehmen, auch im Sinne der Heranführung an die Thematik der folgenden zwei Tage, die ja sehr viel stärker in der Gegenwart sich bewegen. Ich gehe dabei folgendermaßen vor. Ich beginne mit einer kurzen theoretischen Rahmung, einige Überlegungen zur Soziologie des Völkerrechts, die immer noch aus meiner Sicht geschrieben werden muss. Im zweiten Schritt gehe ich dann auf meine methodischen Zugriffsweisen ein, in denen ich versuche, Genealogien der Religionsfreiheit in der bilateralen Vertragspraxis nachzuzeichnen. Und im dritten Schritt gehe ich dann an den Beispielen der USA, Frankreichs und Englands auf einige erste Ergebnisse, wie gesagt, dieser Untersuchung über die Berücksichtigung von Religion in internationalen Verträgen im 19. Jahrhundert in der Vorphase der völkerrechtlichen Institutionalisierung des Religionsfreiheitsrechts ein. Das ist also der Fahrplan. Und ich beginne zunächst einmal mit dem theoretischen Rahmen. Ich schließe dabei zunächst einen soziologischen Neo-Institutionalismus und seine Theorie der Weltgesellschaft an, wie sie von John Mayer und vielen anderen inzwischen vertreten wird. In ihm wird, um das etwas zu rekapitulieren, vorausgesetzt, dass Gesellschaft und menschliches Handeln nicht ohne Rekords auf deren kulturelle Dimensionen begreifbar sein. Gleichzeitig konzipiert er jene kulturelle Dimension nicht normativ, sondern primär kognitiv. Regeln würden nicht aufgrund des ihnen entgegengebrachten normativen Commitments eingehalten, sondern weil man weiß, dass andere an sie glauben. In verschiedenen Schriften von Mayer, Jefferson und anderen wird diese grundlagentheoretische Position daher in eine Traditionslinie mit der Wissenssoziologie von Berger und Luckmann gestellt und als makrophänomenologisch bezeichnet. Nur in diesem makrophänomenologischen Institutionalismus würden nicht nur die Handlungen, sondern auch die Akteure, und dazu gehören neben den Individuen auch Staaten und Organisationen als rationale Akteure, als kulturell konstituiert begriffen. Das weltgesellschaftstheoretische Argument, das vor diesem grundlagentheoretischen Hintergrund entfaltet wird, lässt sich wie folgt charakterisieren. Anzunehmen ist zunächst eine staatenlose und insofern, oder eine staatslose genauer gesagt, und insofern tockwillsche globale Vergesellschaftung, in der Handlungskoordination primär institutionalistisch über die Diffusion kognitiver Muster zu erklären sei. Die Weltgesellschaft basiere gewissermaßen auf kognitiven Konzeptionen der Akteursidentitäten von Staaten, Organisationen und Individuen, deren kulturelle Diffusion Isomorphie auch dort erkläre, wo sie sich im Rahmen rationalistischer oder realistischer Theorien, wie man in den internationalen Beziehungen sagt, nicht erklären lassen. Das Völkerrecht stellt sich in dieser Perspektive ähnlich wie in Dürkheims Rechtssoziologie als institutionalisierter Ausdruck kultureller Prinzipien dar. Die völkerrechtliche Verankerung der Menschenrechte etwa wird als weltkulturelle Konstruktion individueller Actorhood gedeutet, die im 20. Jahrhundert einen enormen Anstieg erfahren habe. Wie werden nun im soziologischen Neo-Institutionalismus die Ursprünge weltgesellschaftlicher Institutionen erklärt? Es gibt hier eine Reihe von Argumentationslinien, die letztlich, und darauf wird mein Argument hier hinauslaufen, auf Forschungsdefizite hinweisen. Eine erste Argumentationslinie besagt, dass Menschenrechte als Effekt langfristiger kultureller Transformationen des ozidentalen Christentums zu deuten seien. In Vorwegnahme gewissermaßen der gegenwärtig viel diskutierten Arbeit von Charles Taylor wird die Moderne und mit ihr der geradezu sakrale Status der menschlichen Person auf die Transposition vormals göttlicher Eigenschaften auf immanente Entitäten, das Individuum, aber eben auch den Staat, zurückgeführt. Gerade mit Blick auf das Völkerrecht haben Liz Boyle und John Mayer diese Argumentationslinie entwickelt, wenn sie das universalistische und rationalistische Recht in die Tradition älterer christlicher Naturrechtslehren stellen wollen. Einer zweiten Argumentationslinie zufolge, die man auch gelegentlich antrifft, ist es indessen die Katastrophenerfahrung des Zweiten Weltkriegs, die gewissermaßen schockartig dem Staat und auch anderen kooperativen Einheiten Legitimität entzogen habe und zur Verfestigung eines Kultes des Individuums, um hier Dürkheims Sprache zu verwenden, geführt habe. Und eine dritte Argumentationslinie schließlich zielt auf die zunehmende Dominanz des US-amerikanischen liberalen Modells politischer Modernität im globalen Maßstab. Wie gesagt, alle diese drei Argumentationslinien sind nicht voll entwickelt und sie weisen auf ein Problem hin, was mit der neoinstitutionalistischen Perspektive verbunden ist, nämlich, dass sie die genauen sozialen Mechanismen unspezifiziert lässt, in denen einzelne Rechtsnormen eine institutionelle Verfestigung erfahren. Der Institutionalisierungsprozess als solcher wird gewissermaßen nicht in den Blick genommen. Aus diesem Grund erweitere ich die neoinstitutionalistische Theorieperspektive in einer doppelten Hinsicht. Erstens knüpfe ich an Forschungen zu sozialen Bewegungen an, die historisch oftmals den Anstoß für weitreichende Institutionalisierungsprozesse gegeben haben. Peter Stemmerthoff beispielsweise hat auf die Ursprünge transnationaler Advocacy Networks in den religiösen Erweckungs- und Missionsbewegungen des 19. Jahrhunderts und deren komplexer religionspolitischer Interessenlage in den Kolonien hingewiesen. Überhaupt hat die Literatur zur globalen Verbreitung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zunehmend auf die Bedeutung der Missionsgeschichte aufmerksam gemacht. Die Arbeiten von Woodbury werden in diesem Zusammenhang zu nennen. Und schließlich werden Überlegungen zum Wechselspiel von religiöser Sensibilisierung für das Leiden anderer mit transnationalen Kommunikationswerken neuerdings bei Hans-Joas ausgeführt, insbesondere am Beispiel der religiösen Wurzeln der Antisklaverei-Bewegungen im 19. Jahrhundert. Zweitens knüpfe ich an Feldtheoretische Überlegungen an, in denen die sozialen Bewegungen und Staaten als Akteure innerhalb sozialer Felder und dazu gehören auch juristische Felder gesehen werden. Mit der Eigendynamik eines autonomen und zunehmend transnational verfassten juristischen Feldes gewinnen sie nämlich einen entscheidenden Mechanismus der rechtlichen Verselbstständigung in den Blick, der erklären kann, wie zunächst lediglich zeremoniell artikulierte Rechte zu Arenen für Kämpfe um symbolisches Kapital werden. Schon für das 19. Jahrhundert ist dabei auf die Bedeutung liberal-viktorianischer internationaler Juristen-Netzwerke hingewiesen worden, in den Arbeiten von Hoskin-Yenny etwa. Yves Desilets und Brian Garth haben auf die Expansion des Feldes der Menschenrechte in den 70er Jahren hingewiesen, aus denen sich der in der Historiografie neuerdings behauptete Bedeutungsaufschwung der Menschenrechtspolitik in den letzten vier Jahrzehnten erklären lasse. Und auch am Beispiel der EGMR ließe sich zeigen, dass völkerrechtlich kodifizierte Menschenrechte erst bei Ausdifferenzierung eines entsprechenden juristischen sozialen Feldes die Rechtswirtlichkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten zu beeinflussen vermögen. Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Überlegungen die Einsichten des Neo-Institutionalismus aufgreifen, aber sie bewegungstheoretisch und feldtheoretisch erweitern, will ich nun im nächsten Schritt mein eigenes Argument zum Zusammenhang von religiöser Mobilisierung und der völkerrechtlichen Institutionalisierung von Religionsfreiheit knapp skizzieren. Die völkerrechtliche Verankerung von Religionsfreiheit erfolgte in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und im nachfolgenden Zivilpakt von 1966. Das ist gewissermaßen der Ausgangspunkt in der konventionellen Literatur zu Religionsfreiheit. Religionsfreiheit kann dabei ihrem normativen Gehalt nach folgendermaßen verstanden werden. Idealtypisch gesprochen und in Verkürzung einer hochentwickelten juristischen und philosophischen Fachliteratur begrenzt das Recht auf Religionsfreiheit die Herrschaftsbefugnisse des souveränen Staates in mehrfacher Weise. Sie befreit den religiösen Glauben und seine Ausübung von staatlichem Zwang. Das ist gewissermaßen das Moment der individuellen Gewissens- und Religionsausübungsfreiheit. Sie schützt ferner und hier ist von vornherein ein Moment der Spannung im Recht auf Religionsfreiheit angelegt, die innere Autonomie der religiösen Gemeinde vor staatlichem Eingriff, die kooperative Religionsfreiheit. Und drittens, sie verbietet dem Staat die Favorisierung einer spezifischen, sei es religiösen, sei es nicht religiösen, Weltsicht. Das ist das Prinzip der Neutralität oder der prinzipiellen Distanz, wie Rajiv Bhagawa das nennt. Diese Eigenschaften der individuellen kooperativen Religionsfreiheit und der Neutralität fallen zusammen in der Eigenschaft der Religionsfreiheit als ein Grund- oder Menschenrecht, das allen gleichermaßen zukommt. Das Recht auf Religionsfreiheit entspricht insoweit, mit Rainer Forst gesprochen, einer Respektkonzeption von Toleranz, deren normativer Sinn die wechselseitige Achtung aller, ob religiöse Mehrheit oder Minderheit, als Menschen bzw. Staatsbürger mit gleichen Freiheitsrechten ist. Das Recht auf Religionsfreiheit in verschiedenen Formulierungen, wie gesagt, seit den 40er Jahren im Völkerrecht auch verankert, findet sich inzwischen in der Mehrzahl der Verfassungen weltweit. Um nur einen kurzen Seitenblick auf das andere Projekt zu Verfassungen zu geben, an dem ich derzeit arbeite, möchte ich hier einige Folien zeigen. Es ist ein Projekt, in dem wir Verfassungen weltweit kodieren auf die Darstellung religiöser, sprachlicher und ethnischer Homogenität oder Heterogenität. Und wir haben dabei eine Reihe von unterschiedlichen Indizes gebildet, die das Ausmaß der Repräsentation kultureller Homogenität, individueller Rechte und Gruppenrechte darstellen. Man sieht hier im langfristigen Verlauf einen deutlichen Anstieg von individuellen Rechten und von Gruppenrechten. Das wird, wenn man das etwas anders darstellt, nämlich skaliert, noch deutlicher, dass die individuellen Rechte gewissermaßen das am stärksten sich hier durchsetzende Rechtsprinzip darstellen. Wenn man etwas genauer schaut, auf religiöse im Vergleich zu sprachlichen und ethnischen Rechten, sieht man noch stärker, dass das Ausmaß der Homogenitätsunterstellungen religiöser Art in den Verfassungen zumindest Europas deutlich zurückgeht. Auch im globalen Trend ließen sich ähnliche Folien zeigen, wohingegen die individuelle Religionsfreiheit deutlich zunimmt. Das ist jetzt für meinen Vortrag heute weniger von Interesse, denn ich möchte das nur als Hintergrund nutzen, um das Ausmaß der Institutionalisierung von Religionsfreiheit zu veranschaulichen. Die Frage, die vielmehr aufgeworfen ist, was die Vorgeschichte des Menschenrechts auf Religionsfreiheit ist. Diese Vorgeschichte wird üblicherweise in eine große Erzählung eingebaut, der zufolge Religionsfreiheit mit dem Vorgang der Säkularisation des Staates in der europäischen Neuzeit gleich ursprünglich sei, sich so dann in den europäischen Verfassungen und schließlich auf völkerrechtlicher Ebene Geldung verschafft habe. Ein Seitenstrang dieser Erzählung betont dabei, dass der ursprünglich auf Religion bezogene Minderheitenschutz sich im 19. Jahrhundert zunehmend auf ethnisch-nationale Minderheiten verlagert habe. In diesem Zusammenhang werden jüngst insbesondere von Seiten kritischer Anthropologen und auch von Vertretern der internationalen Beziehungen, Politikwissenschaftlern, die geostrategischen Interessen in den Vordergrund gestellt, die Staaten dazu bewogen haben, den Schutz religiöser Minderheiten, nämlich der eigenen religiösen Minderheit, in anderen Staaten rechtlich zu verankern. Das ist alles bekannt. Ich möchte demgegenüber ein Argument entwickeln, was einen etwas anderen Zusammenhang in den Vordergrund stellt und was an die genannten theoretischen Überlegungen anschließt. Ich möchte nämlich argumentieren, dass sich die Herausbildung eines symmetrischen Rechts auf Religionsfreiheit aus einer Verflechtung von zwei verschiedenen Bewegungsdynamiken erklären lässt. Zum einen den religiösen Missionsbewegungen, die auf die vielfältigen Erweckungsbewegungen im 19. Jahrhundert zurückgehen und die ein Interesse an der internationalen Verrechtlichung von Religionsfreiheit haben entstehen lassen, für das es dann Trägergruppen gegeben hat. Und zum zweiten eine Dynamik, in der religiöse Minderheiten innerhalb bestimmter Staaten, die sich halten an schon eingegangene Versprechen in der eigenen Verfassungsrechtsordnung reklamiert haben. Das betraf vor allem die Katholiken und die Juden in den USA. Darauf werde ich gleich genauer eingehen. Es ist gewissermaßen ein Prozess, in dem auf der einen Seite die Internationalisierung von Religionsfreiheit durch Missionsbewegungen vorangetrieben wird und dann universalisiert wird durch die Bewegungen von religiösen Minderheiten innerhalb der jeweiligen europäischen Staaten. Die Methode, mit der ich gemeinsam mit einem Kollegen aus Frankfurt, Stefan Kroll, hier zusammengearbeitet habe, ist, dass wir eine systematische Recherche bilateraler Handels-, Friedens- und Freundschaftsverträge im Zeitraum 1800 bis 1919 betrieben haben, und zwar zwischen Frankreich, Großbritannien und den USA. einerseits und allen nicht-europäischen souveränen Staaten andererseits. Das führt zu einer Sammlung von 144 Verträgen, die wir dann systematisch ausgewertet haben. Die Begründung für diese Auswahl liegt darin, dass Frankreich, Großbritannien und die USA diejenigen drei Länder sind, die international auf der einen Seite eine Großmachtstellung im 19. Jahrhundert inne hatten, zumindest in dem Fall der europäischen Mächte bei den USA im amerikanischen Raum, die aber auch innerhalb ihrer eigenen Rechtsordnung bereits erste Ansätze der rechtlichen Institutionalisierung von Religionsfreiheit hatten, wenngleich mit unterschiedlichen Varianten. Dass wir die innereuropäische völkerrechtliche Entwicklung ausblenden, liegt daran, dass diese weitgehend interessant, bekannt ist und wie gesagt, vor allem diese geostrategischen Interessen hier im Blick auf das Osmanische Reich im Vordergrund stehen. Interessante, unter dem Gesichtspunkt der Emergenz genuin-universalistische Normen muss natürlich für ein christlich verfasstes Völkerrecht zunächst die Konfrontation mit nicht-europäischen, nicht-christlichen Staaten sein. Wir haben in diesen Artikeln so dann die religionsbezogenen Artikel untersucht, nach mehreren Dimensionen, dem Umfang der Religionsfreiheit, wird nur die Gewissensfreiheit geschützt oder auch die Ausübung, dem Trägerkreis der Religionsfreiheit geht es um bestimmte Personenkategorien, meinetwegen die Belegschaft des Konsulats, Staatsbürger oder alle Menschen und werden diese Rechtsprinzipien symmetrisch, also für beide Vertragsparteien in gleicher Weise festgelegt. Unterfüttert wird diese Analyse der Rechtstexte mit einer Sekundäranalyse der historischen Forschung zum Entstehungskontext einzelner Artikel. Ich möchte jetzt im Folgenden einige erste und ich betone, dass es um vorläufige Befunde geht, hier vorstellen und Ihnen plausibel machen, warum es sich lohnt, sich in historisch-soziologischer Perspektive mit den Vorgeschichten der Religionsfreiheit zu befassen. In den Verträgen lassen sich grob drei Typen von Religionsfreiheit unterscheiden. Der erste Typus ist das, was man gewissermaßen den Konsularschutz nennen kann. Es geht hier um Religionsfreiheit, die typischerweise dem jeweiligen europäischen Konsul in nicht-europäischen Kontexten zugestanden wird, der seine eigene oder auch die seiner Familie, seiner Belegschaft, Religion unbehelligt ausüben können soll. Der zweite Typus, der dann allmählich im 19. Jahrhundert entsteht und sich in der bilateralen Vertragspraxis beobachten lässt, ist der Schutz christlicher Missionsbewegung. Das sind explizit formulierte Artikel, die dezidiert den Schutz der christlichen Religion in anderen Ländern betreffen. Der dritte Typus sind so dann allgemeine Formulierungen von Religionsfreiheit, in denen der explizite Rekurs auf das Christentum oder sogar auf den Protestantismus nicht mehr fällt und in denen man Vorformen der allmählichen völkerrechtlichen Anerkennung eines Rechts auf Religionsfreiheit sehen kann. Neben diesen drei Typen lassen sich dann eine ganze Reihe von Mustern beobachten. Es gibt Unterschiede zwischen Lateinamerika und Asien, was die Vertragspraxis der drei genannten Staaten angeht. Es gibt ferner Muster der Imitation und der Diffusion, das entspricht ganz den neo-institutionalistischen Erwartungen. Die Rechtsartikel werden vielfach zwischen den Staaten kopiert und zwar in beiden Varianten. Die USA kopieren Artikel von einem Vertrag mit Land X in einem Vertrag mit Land Y oder auch der andere Weg in dem über das Land X ein Vertrag der USA sich dem Vertrag mit Großbritannien angleicht. Es sind gewissermaßen frühe Formen der Habitualisierung und Institutionalisierung eines später dann als selbstverständlich unterstellten kognitiven Musters von Religionsfreiheit, die man hier beobachten kann. Das möchte ich jetzt im Folgenden kurz vorstellen, gehe durch die drei Länder sehr kurz durch und konzentriere mich dabei auf den Fall der USA, weil sie Zeit, um die es mir in meinem Argument geht. Frankreich ist vorwiegend ein Beispiel, in dem der Typus I anzutreffen ist. Frankreich selbst war in dieser Zeit natürlich bekanntlich gefangen in der Kontroverse zwischen dem republikanischen und dem katholischen Lager, dem Hin- und Herschwingen der politischen Regime und eine stabile Verrechtlichung von Religionsfreiheit war noch bis zur Dritten Republik nicht ganz absehbar. Das spiegelt sich auch in der Staatenpraxis wieder. Es gibt allerdings durchaus auch einige Beispiele für den Typus II, denn auch der Kutilizismus wurde im 19. Jahrhundert missionsfreudiger. Eine Reihe von Orden betrieben Missionsstandorte in asiatischen Ländern und anderswo und um deren Schutz kämpfte die katholische Kirche gegenüber dem französischen Staat und zwar erfolgreich. Ein Beispiel möchte ich hier nennen, ein Vertrag zwischen Frankreich und China von 1858, in dem sie folgenden Artikel finden. Ich zitiere hier aus der englischen Version aus der Consolidated Treaty Series, die wir hier für die Recherche genutzt haben. The Christian Religion having as its aim to bring men to virtue, the members of all Christian sects will have full security of their persons, property and religious practices and effective protection will be given missionaries who peacefully go into the interior of the country with passports of the kind mentioned in Article 8. The Chinese Empire will place no barrier in the way of Chinese individuals who decide to embrace the Letzter Satz All that was written and proclaimed against Christianity in the past by the Chinese government or approved by it is completely abrogated and is now without value in all provinces of the Empire Das ist Teil sozusagen jenes Systems ungleicher Verträge die in Mitte des 19. Jahrhunderts von mehreren europäischen Staaten mit China geschlossen wurden und denen ganz offensichtlich ein asymmetrisches Verständnis von Religionsfreiheit rechtlich durchgesetzt wird indem es um den Schutz der christlichen Missionsbewegungen geht Beispiele für Typus 3 also jenen symmetrisch verfassten Religionsfreiheitsbegriff finden wir in einem einzigen Fall und der wiederum ist vermittelt über die Imitation genau das direkte Abschreiben eines Vertrags den die USA 20 Jahre zuvor geschlossen hatten nämlich in einem Freundschaftshandels und Seefahrts Vertrag mit Chile von 1846 damit kurz zum großbritannischen Fall hier finden wir natürlich auch viele Beispiele für den Typus 1 und wir finden dann aber auch den Übergang zu Typus 2 sehr viel schärfer ausgeprägt als im französischen Fall ich möchte hier eigentlich eher aus einem anekdotischen Interesse einen schon etwas älteren Friedens- und Handelsvertrag mit Algerien zitieren den der die Konversion zum Islam anspricht in einer ganz interessanten Art und Weise Secondly it is further concluded and agreed upon that in case any of his majesty's subjects should from liquor or from any other motive declare an intention of embracing the Mohammedan religion they shall forth with be secured sent to the Consul's house and their three days allowed them for reflection after which three days they shall be at liberty to put their design and execution and no further constraint be put on them eine sehr schöne frühe Formulierung des Rechts auf Konversion zum Islam für Beschäftigte des Konsuls gut aber mein eigentlicher Punkt bezieht sich wie gesagt auf den Übergang zu dem Typus II dem Schutz der protestantischen Missionsbewegungen sie waren bekanntlich sehr stark im britischen Empire verwurzelt und zwar in verschiedenen Varianten die protestantische Erweckungsbewegung war auf der einen Seite einer der wichtigsten Motoren der Antisklaverei-Bewegung und später auch anderer Bewegungen zum Einsatz für die Rechte der indigenen Bevölkerung in den Kolonien oder auch in den also in anderen nicht-europäischen Staaten und zwar weil die Bevölkerung potenziell Objekte der Mission gewesen sind entsprechend setzten sich die protestantischen Missionsorganisationen vielfach für die Aufnahme von dem Schutz der eigenen Religion ein ein Beispiel möchte ich hier kurz darstellen es ist aus dem gleichen Jahr wie das Beispiel mit Frankreich und es wird etwas expliziter noch formuliert the Christian religion as professed by Protestants or Roman Catholics inculcates the practice of virtue and teaches man to do as he would be done by persons teaching it or professing it therefore shall alike be entitled to the protection of the Chinese authorities nor shall any such peaceably pursuing their calling and not offending against the laws be persecuted or interfered with also ich denke die pointe ist klar wir finden hier eine Form der Aufnahme von Religionsfreiheit in zwischenstaatliche Verträge etwas was zunächst einmal nicht im genuinen Eigeninteresse der Staaten lag auf Grundlage der religiösen Mobilisierung von Missionsbewegungen aber in einer asymmetrischen Art und Weise die Frage ist jetzt wie wird aus diesem asymmetrischen Religionsfreiheitsrecht ein symmetrisches Religionsfreiheitsrecht und auf die komme ich jetzt in dem letzten Schritt etwas ausführlicher zu sprechen nämlich an dem Beispiel der USA ich lasse das zunächst einmal noch auch hier finden wir natürlich vielfältige Beispiele für die Typen 1 und 2 aber eben dann einen Übergang zum Typus 3 um diesen Übergang zu erklären muss ich an einer Stelle noch etwas ausholen der Hintergrund für diesen Übergang stellte die starke verfassungsrechtliche Verankerung von Religionsfreiheit im ersten Amendment der amerikanischen Verfassung dar in der Free Exercise und Non-Establishment garantiert wurden diese Verfassung war im 19. Jahrhundert alles andere als unumstritten das Disestablishment der Revolutionsepoche hat erst mit langer zeitlicher Verzögerung dazu geführt dass Religionsfreiheit auch tatsächlich einklagbar in den USA wurde teils hatte dies damit zu tun, dass die Verfassung und ihre Amendments anfangs nur für die Bundesebene galten erst 1833 vollzog auch der letzte Staat politisches Disestablishment und noch danach erklärte sich der Supreme Court für den Schutz der Freiheitsrechte gegenüber Einzelstaaten für unzuständig wichtiger indessen war, dass die wenigen Urteile, die der Supreme Court überhaupt fällte den Forderungen religiöser Minderheiten, und das waren vor allem jüdische und katholische Gruppen später auch Mormonen, allenfalls teilweise entgegenkamen ganz im Gegenteil, viele Urteile basierten noch auf der rechtlichen Doktrin Christianity is part of the common law oder standen unter dem Eindruck eines vom Konfessionellen ins Zivilreligiöse gewendeten Uniformitätsideals in einem berühmten Urteil von 1892 konnte ein Richter beispielsweise formulieren this is a Christian nation vor diesem Hintergrund ist zu erklären, dass innerhalb der USA es eine sehr starke Kontroverse zwischen den Vertretern und Verteidigern einer tatsächlich liberalen Lesart der Verfassung gab und jenen protestantischen Gruppen, die die christliche Prägung der USA behaupteten diese Kontroverse wurde interessanterweise für eine lange Zeit oftmals mit Rekurs auf einen Vertrag der USA geführt, den der ganz junge Staat 1797 geschlossen hat mit Tripoli, einem dieser barbaresken Staaten in der Region in dem heißt es nämlich explizit, ich zitiere hier als die Regierung des USA ist nicht in any sense founded auf die christian religion als es in itself no character of enmity against the laws, religion, or tranquillity of muslimen und als die sage states never have entered into any war of act or hostility against any Mahometan nation it is declared by the parties that no pretext arising from religious opinion shall ever produce an interruption of the harmony existing between the two countries also es geht hier um diesen Satz natürlich dass die USA nicht christlich seien der wurde in Anspruch genommen von vielfältigen religiösen Bewegungen der Religious Liberty Association und von auch jüdischen Gruppierungen um deutlich zu machen dass die Religionsfreiheit eben nicht nur für die verschiedenen protestantischen Sekten gelten sollte sondern für alle gleichermaßen in der Vertragspraxis nun in der dann auch die Religionsfreiheit geregelt wurde finden wir jetzt eine Episode die diesen Übergang von Typus 2 zu Typus 3 in einer sehr anschaulichen Art und Weise darstellt und hier gehe ich jetzt zunächst einmal noch auf einen Vertrag zwischen USA und China ein der im gleichen Jahr geschrieben wurde und in dem sich die protestantischen Missionare beider Länder untereinander abgestimmt hatten Sie sehen das in den Texten die sehen nämlich fast genau gleich aus es heißt hier in dem Vertrag zwischen USA und China und so weiter und so weiter es geht also um den Schutz von christlichen Missionaren und von Konvertiten und es ist insofern eine asymmetrische Variante von Religionsfreiheit dieser Artikel nun um den gab es im Senat im amerikanischen Senat eine Kontroverse in der auf diesen Vertrag mit Tripoli rückverwiesen wurde ein Senatsmitglied stimmte gegen den und im Wesentlichen wurde der Artikel dann doch noch verabschiedet aber er hatte zur Folge dass es eine sehr starke jüdische Mobilisierung gegen den einseitigen Religionsfreiheitsschutz in den Außenbeziehungen des amerikanischen Staates gegeben hatte man könnte jetzt hier in Details gehen wer an welcher Stelle wie Einfluss genommen hat aber die Effekte werden schon einige Jahre später sichtbar nämlich in einem weiteren Vertrag mit China in dem dann dieser Vertrag verändert wurde und allgemeiner formuliert wurde Schauen Sie sich an Schauen Sie sich an The 29th Article of the Treaty of the 18th of June having stipulated for the exemption of Christian citizens of the US and Chinese converts from persecution it is further agreed that citizens of the United States and China of every religious persuasion and Chinese subjects in the United States shall enjoy entire liberty of conscience and shall be exempt from all disability or persecution on account of their religious faith or worship in either country Das ist dem Gehalt nach das erste Mal ein symmetrisches Recht auf Religionsfreiheit wechselseitig zwischen den Staaten und unabhängig von einer vorher festgelegten konfessionellen Prägung Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist voll von einer weiteren Mobilisierung jüdischer Gruppen im Sinne einer liberalen und egalitären Auslegung des Religionsfreiheitsrechts und führte dazu, dass der amerikanische Kongress sich sehr stark dann auch im europäischen Kontext einsetzte Da verschränkt sich die Geschichte dann gewissermaßen mit der Entstehung des Minderheitenschutzes zugunsten der jüdischen Bevölkerung in Europa Aber ich kann an dieser Stelle schließen und möchte einige wichtige Aspekte zusammenfassen Erstens, das 19. Jahrhundert ist besonders aufschlussreich mit Blick auf die frühe Entwicklungsdynamik im Völkerrecht in dem sich im Statunas Zendi die ersten Rechtsnormen institutionell verankern und stabilisieren Im 20. Jahrhundert haben wir dann natürlich eine andere Situation in der unter Bedingungen erfolgter Institutionalisierung neue Feldstrukturen entstehen, die transnationale religiöse Mobilisierung noch wahrscheinlicher machen Man kann daher von einer bleibenden Bedeutung sozialer Bewegung für die Entwicklung des Rechts sprechen Es sind dabei, das sollte meine Analyse zweitens gezeigt haben vor allem zwei Varianten von Bewegungen, die wichtig sind für die Internationalisierung und dann für die Symmetrisierung des Rechts auf Religionsfreiheit Zum einen die Missionsbewegungen, für die Religionsfreiheit in ihrem genuinen Eigeninteresse steht Das ist bis heute wirksam, man denke nur an christliche Bewegungen die sich in den USA für einen stärkeren Religionsfreiheitsschutz einsetzen und im Hintergrund des International Religious Freedom Act standen Es sind zweitens aber auch Minderheitenbewegungen, die für Religionsfreiheit zum Schutz eigener kollektiver Identität kämpfen Und zwar heute natürlich in einem ganz anderen Horizont die transnationalen SIGs, die im Kampf gegen das 2004-Gesetz in Frankreich eine konzertierte Aktion vor Straßburg, vor New York, vor der UN verfolgt haben und schließlich erfolgreich waren ein Religionsfreiheit, das Religionsfreiheit für sie gewährleistet wird Das sind hier ein Beispiel Es wird dabei auch deutlich, durch die zwei unterschiedlichen Bewegungen dass unterschiedliche Prinzipien konfligieren auf der einen Seite das individuelle Interesse an der Mission eine individuelle Form der Religionsfreiheit, die hier in den Vordergrund gestellt wird und zum anderen ein kollektiver Schutz von Religionsfreiheit in dem es um die religiöse Tradition eines bestehenden sei es politischen oder ethnischen Kollektivs geht Gerade weil diese Bewegungsdynamik und die mit ihr verbundene Konfliktdynamik auch bis heute weiter wirkt verlangt die Soziologie des Völkerrechts meines Erachtens um eine Soziologie der religiösen Mobilisierung des Rechts und der daraus entstehenden Konflikte erweitert zu werden und ich hoffe, dass ich das in diesem Vortrag plausibel machen konnte Danke Ja, ich freue mich, dass wir jetzt in die Gegenwart kommen nach diesem historischen Ausflug und darf Ihnen Frau Jahn vorstellen Frau Jahn ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Religionswissenschaft an der Ruhr-Universität Bonn und insofern an einem Bochum, natürlich, der Ruhr-Universität Bochum und insofern an einem der Zentren der interdisziplinären Religionsforschung Viele Kollegen und Kolleginnen aus der Sektion sind in Bochum Ich weiß nicht, ob andere aus Bochum jetzt heute hier sind aber ich freue mich jedenfalls, dass wir von diesem für unsere Sektion so wichtigen Standort auch Sie als Vertreterin hier haben Frau Jahn arbeitet an einem Promotionsprojekt was die Frage der Rechtswirklichkeit von Religionsfreiheit zum Thema hat es geht nämlich um Religion und Strafvollzug in der Bundesrepublik Deutschland und dieser Hintergrund hat qualifiziert Sie in besonderer Weise auch die Frage des Verhältnisses von Religion und Recht auszuleuchten wir werden jetzt im Folgenden auf einige Themen widerstoßen die eben schon angeklangen sind das Verhältnis von individueller und kooperativer Religionsfreiheit dann aber auch das eben angesprochene Verhältnis von dem Law on the Books und der Rechtswirklichkeit und von daher sind wir sehr auf den Vortrag gespannt freuen uns auf die Diskussion und damit übergebe ich Ihnen das Wort Vielen Dank für die Vorstellung und Einleitung zu dem Titel möchte ich noch betonen dass es sich tatsächlich um ein Fragezeichen handelt das wird dann in dem Vortrag sicherlich sehr deutlich und dass es tatsächlich methodologische Überlegungen sind das heißt es ist kein elaboriertes Thesengebilde was ich hier vorstelle sondern es sind tatsächlich Überlegungen die anhand meiner Studie zu Religionsfreiheit im Strafvollzug mir selbst sich offenbart haben an denen ich sozusagen noch arbeite im Rahmen meiner Dissertation Ich habe meinen Vortrag gegliedert zunächst werde ich Ihnen meine Studie vorstellen ich werde vorrangig auf das Material eingehen und diese ganzen historischen Punkte und was Religionsfreiheit genau ist die Gesetzesartikel das werde ich außen vor lassen da bin ich von ausgegangen dass das weitestgehend bekannt ist und dann im zweiten Schritt werde ich die methodologische Reflexion ausführen Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes regelt die verfassungsmäßig garantierte Religionsfreiheit sie gilt sowohl für einzelne Bürger als auch für religiöse Gemeinschaften was im Verfassungstext eindeutig geregelt ist kann in der Praxis ganz unterschiedlich verstanden und ausgelegt werden eigene Fallstudien zur Praxis von Religionsfreiheit in bundesdeutschen Strafvollzügen haben gezeigt, dass die Gewährleistung individueller Religionsfreiheit von dem jeweiligen Einzelfall abhängig ist die kooperative Religionsfreiheit jedoch generell nur in beschränkten Maße umgesetzt werden kann so sieht das Grundgesetz im Artikel 141 der Weimarer Reichsverfassung Gottesdienst und Seelsorge im Heer in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten vor dieses Verfassungsrecht gilt im Text für alle Religionsgemeinschaften in der Deutung gilt es für öffentlich-rechtlich anerkannte Religionsgemeinschaften und faktisch umgesetzt wird es fast ausschließlich mit den evangelischen und katholischen Kirchen Religionsfreiheit ist also nicht nur rechtsdogmatisch zu verstehen sie ist divers und dynamisch nicht nur durch ihre historische Genese sondern auch durch ihre individuelle Auslegung und praktische Umsetzung in konkreten sozialen Situationen In meiner Studie habe ich mich mit der Institution des Strafvollzugs in Deutschland beschäftigt Speziell ging es mir darum zu erfahren wo die Möglichkeiten und Grenzen in der Institution Strafvollzugs sind Religionsfreiheit umzusetzen Vorrangiges Ziel war es dabei nicht subjektive Einschätzung zur Religionsfreiheit zur Religion allgemein oder religiöser Praxis im Strafvollzug zu untersuchen Mir ging es vielmehr um die Alltags- und Entscheidungsabläufe bezüglich individueller religiöser Praxis und kooperativer religiöser Vergemeinschaftungsform aus der Perspektive der Anstalt Das heißt welche Möglichkeiten werden Insassen gegeben ihrer religiösen Praxis nachzugehen welche Grenzen werden ihnen gesetzt und welche Möglichkeiten werden religiösen Organisationen gegeben Insassen im Strafvollzug zu betreuen sowie Veranstaltungen ihrer religiösen Tradition entsprechend anzubieten und welche Grenzen werden ihnen gesetzt Dafür habe ich in sechs unterschiedlichen Anstalten Fallstudien durchgeführt Bei der Auswahl der Anstalten habe ich mich auf den Erwachsenen-Strafvollzug für Männer mit Freiheitsstrafen ab drei Jahren konzentriert Die Anstalten selbst haben sich durch ihre regionale Lage Größe und ihrem religiösen Angebot unterschieden Ich war in jeder Anstalt ca. eine Woche vor Ort um an alltäglichen Abläufen und Veranstaltungen teilzunehmen sowie Expertengespräche mit verschiedenen Vertretern der Institutionen zu führen Neben Insassen und verschiedenen religiösen Akteuren habe ich auch das Vollzugspersonal, die Fachdienste und die Anstaltsleitung interviewt Maßgebliche Struktur meiner Beobachtung und Interviewleitfäden waren die Dimensionen und Ebenen von Religionsfreiheit wie sie wie sie auf der Folie zu erkennen sind Religionsfreiheit selbst habe ich als Umgang mit religiöser Vielfalt operationalisiert das heißt wie geht der Strafvollzug mit religiöser Vielfalt um wo sind die Möglichkeiten der Umsetzung und wo die Grenzen herausgekommen sind sechs Anstaltsporträts die die allgemeinen Charakteristika der Anstalten mit ihren individuellen Besonderheiten beschreiben und speziell auf die religiöse Diversität der Insassenpopulation das religiöse Angebot der Anstalt sowie auf den Umgang mit religiöser Diversität und den damit verbundenen Grenzen einzugehen die Anstaltsporträts zeigen die verschiedenen Dimensionen des Strafvollzugs auf indem nicht nur die allgemeinen institutionellen Merkmale sondern auch die exekutiven Aufgaben und die interinstitutionellen Unterschiede im Umgang mit religiöser Diversität betrachtet und herausgearbeitet werden die Anstaltsperspektive auf Religionsfreiheit im Strafvollzug ermöglicht es sowohl Rechtspraxis in ihren sozialen Bezügen als auch die Auswirkungen institutioneller Besonderheiten auf das Verständnis von Religion in der Analyse zu berücksichtigen doch bevor ich das veranschauliche ein paar allgemeine Bemerkungen zur Thematik Religionsfreiheit im Strafvollzug Religionsfreiheit im Strafvollzug gilt zunächst für alle Beteiligten gleich ob Bediensteter oder Insasse für Insassen gelten Grundrechte wie Religionsfreiheit trotz des geltenden Sonderrechtsverhältnisses im Strafvollzug erst seit dem Bundesverfassungsgerichtsentscheid 1972 nach diesem Entscheid dürfen die Grundrechte von Strafgefangenen nur durch Gesetz oder aufgrund von Gesetz eingeschränkt werden das erstmalig 1976 verabschiedete Strafvollzugsgesetz des Bundes trägt diesem Entscheid Rechnung indem die für den Strafvollzug relevanten Artikel des Religionsverfassungsrechts in das Strafvollzugsgesetz übernommen wurden so ist das von Martin Heckel als solches bezeichnete weltliche Rahmenrecht auch für den Strafvollzug gegeben im Sinne der Funktionen des Grundgesetzes muss der Staat also Religionsfreiheit schützen aber auch Schranken setzen damit andere Grundrechte sowie die Rechte Dritter nicht beeinträchtigt werden die Balance zwischen Schranken und Freiheit gilt es in der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung umzusetzen wobei zu betonen ist dass der von Heckel gesetzte Rahmen sprichwörtlich durch den jeweiligen Kontext zu füllen ist denn resultierend aus dem rechtlichen Rahmen sind Aushandlungen über die rechtlichen Grenzen von Religionsfreiheit nicht selten durch die erläuterte offene Anlage sogar geboten das heißt also für das Verständnis von Religion dass es in der Rechtsnorm aufgrund des Neutralitätsgebots zunächst keine genaue positiv-rechtliche Definition davon gibt was Religion ist erst bei der Beeinträchtigung oder Kollision durch Dritte wird mittels Abwägung eine genaue Begriffsbestimmung durch Urteilsschriften nötig ein Beispiel aus der Rechtsprechung sollte dies verdeutlichen ein Sicht zum Buddhismus bekennender Gefangener hat in seinem Haftraum Heucherstäbchen benutzt die ihm von einem Bediensteten der Justizvollzugsanstalt ausgehändigt wurden im Urteil heißt es seinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung vom 20. Januar 2006 ihm erneut Räucherstäbchen zur Abhaltung seiner buddhistischen Gebete auszuhändigen hat die Strafverstreckungskammer abgelehnt unter anderem argumentiert das Gericht dass es sich bei den Räucherstäbchen nicht um Gegenstände des religiösen Gebrauchs handele einerseits ist der Begriff des religiösen Gebrauchs wie derjenige der Religionsausübung unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Bedeutung des Grundrichts der Religionsfreiheit extensiv auszulegen andererseits fehlt in den meisten Fällen des Abbrennens von Räucherstäbchen offenkundig jegliche religiöse Verbindung denn diese finden im alltäglichen Leben verbreitet Anwendung um eine angenehme Atmosphäre zu verbreiten ohne dass eine religiöse Beziehung besteht die Frage bedarf aber keiner abschließenden Irrterung da der Antrag des Gefangenen auch dann erfolglos bleiben muss wenn man Räucherstäbchen was eher fernliegend ist als Gegenstand religiösen Gebrauchs ansehen würde denn für das buddhistische Gebet erforderliche Meditative bei der Räucherstäbchen im Buddhismus Verwendung finden kann der Gefangene auch ohne Benutzung dieser Stäbchen erlernen auch wenn also in diesem Beispiel nicht explizit definiert wird was Religion ist stellt die Abqualifikation von Räucherstäbchen als Gegenstände des religiösen Gebrauchs eine Negativdefinition von Religion dar die Frage inwiefern die Urteile im Strafvollzug umgesetzt werden und können ist mit der judikativen Auslegung jedoch noch nicht beantwortet im Rahmen meiner Forschung stelle ich schnell fest dass es unterschiedliche Praktiken gibt Religionsfreiheit im Strafvollzug umzusetzen dies betrifft vor allem das Verständnis der Notwendigkeit bestimmter religiöser Praktiken aber auch die Zulassung religiöser Organisation im Strafvollzug um diese Unterschiede plastisch darzustellen möchte ich sie auf eine fiktive Reise des Häftlings Ahmad mitnehmen mein fiktiver Häftling Ahmad ist 25 Jahre alt und wurde in Deutschland geboren seine Eltern kommen aus Algerien Ahmad ist von Geburt an Muslim hatte sich aber noch nie mit dem Glauben seiner Eltern auseinandergesetzt zu Anfang der Haft lernt Ahmad Nadim kennen Nadim ist schon vor seiner Haftzeit regelmäßig in die Moschee gegangen hat gefastet und im Koran gelesen Ahmad fühlt sich durch den älteren Nadim an seine Familie und Kindheit erinnert und beginnt sich mit den religiösen Wurzeln seiner Familie auseinanderzusetzen während seiner Haftzeit wird er in unterschiedlichen Strafvollzugsanstalten untergebracht Ahmad seine erste Anstalt befindet sich in einer Bischofsstadt im südlichen Raum von Deutschland in der Anstalt ist Religion kein alltägliches Thema aber dadurch dass viele der Angestellten und Insassen religiös sozialisiert sind gibt es ein Grundverständnis für religiöse Bedürfnisse als sich Ahmad dazu entschließt sich mit dem Glauben und den unterschiedlichen Praxen auseinanderzusetzen möchte er einen Koran in arabischer Schrift und einen Gebetsteppich bekommen sowie sich Halal ernähren außerdem möchte er Kontakt zu einem örtlichen Imam aufnehmen der ihn nicht nur im Strafvollzug betreuen sondern auch im Kennenlernen seiner Religion begleiten soll Nadim hatte ihm die Hausordnung der Anstalt gezeigt und gesagt dass er auf diese Sachen ein Recht habe weil er ein Muslim ist die Hausordnung bezieht sich auf das Strafvollzugsgesetz des Landes das wiederum an die Bestimmung des Grundgesetzes gebunden ist entsprechend der Bestimmung sei Ahmad die Möglichkeit zu gewähren die Speisevorschriften seiner Religionsgemeinschaft zu befolgen auch dürfe ihm religiöse Betreuung durch einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin seiner Religionsgemeinschaft nicht versagt werden auf seinen Wunsch hin es ihm zu helfen mit einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin seiner Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten er dürfe auch grundlegende religiöse Schriften besitzen sie dürfen ihm nur bei grobem Missbrauch entzogen werden und Ahmad sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu belassen er müsse nur so Nadim dem Stationsbeamten sagen dass er Muslim sei so dass das in seiner Gefangenenakte vermerkt werde für seine Anliegen müsse er Anträge an die Vollzugsabteilungsleitung schreiben nachdem Ahmad dieses getan hat bekommt er binnen einiger Wochen Rückmeldung zu seinen Anträgen unkompliziert und schnell wurde er bei der Essensversorgung umgetragen das heißt Ahmad bekommt nun täglich muslimische Kost MUKO genannt wenn er allerdings zum Ramadan fasten möchte müsste er dies noch einmal extra beantragen da hier eine andere Stelle für die Organisation zuständig sei das sei aber kein Problem denn die MUKO und die Ramadan-Regelungen seien vom Ministerium vorgegeben den Koran sowie andere Bücher zum Islam kann er in der anstaltseigenen Bibliothek ausleihen selbst ein Koran seiner Familie dürfe er nach einer eingehenden Sicherheitsprüfung benutzen ein Gebetsteppich könne er allerdings nicht bekommen da dies im Koran nicht eindeutig vorgeschrieben sei hierfür habe sich der leitende Sicherheitsbeauftragte der Anstalt bei einer entsprechenden kirchlichen Stelle informiert als Ansprechpartner für seine religiösen Belange wäre er an einen dafür zuständigen Sozialarbeiter verwiesen sowie auf die Gefängnisseelsorger der JVA es gäbe zwar einen Hoca der einmal monatlich in die Anstalt kommt aber dieses Angebot gelte aus organisatorischen und sicherheitsrelevanten Gründen nur für türkische Insassen an den großen Festen dürfe er aber auch teilnehmen einen anderen Imam könne die Anstalt nicht anbieten da es in der Region zu wenig Muslime gebe die nicht türkische Wurzeln haben also hier ist nochmal der Ablauf der Vorschriften und hier von der ersten Anstalt die Ergebnisse da Ahmad eine Berufsausbildung machen möchte die in seiner Anstalt nicht angeboten wird wer denn eine Anstalt im Norden von Deutschland verschubt hier gibt er gleich beim Aufnahmegespräch an dass er Muslim ist trotz dessen muss er seinen Familien den Koran abgeben weil aus Sicherheitsgründen keine anstaltsfremden fremdsprachigen Bücher erlaubt sind MUKO bekommt er ohne Probleme auch darf er auf eigene Kosten einen Gebetsteppich erwerben der ihm aber im Laufe der Zeit wieder weggenommen wird weil sich die Anstalt nicht sicher ist ob Gebetsteppiche aus Sicherheitsgründen zulässig sein oder nicht trotz dessen dass die Anstalt in einer der großen deutschen Städte gelegen ist die eine große muslimische Community hat gäbe es derzeit kein religiöses Angebot für muslimische Insassen da die Anstalt Probleme habe ein kontinuierliches Angebot zu installieren also Anstalt 2 als Ahmad mit seiner Berufsausbildung fertig ist stellt er einen Antrag auf heimatnahe Verlegung er kommt in eine Anstalt im östlichen Raum Deutschlands in der Anstalt bekommt Ahmad auf Antrag seinen Familienkoran und sein Gebetsteppich zurück auch bekommt er MUKO und darf zum Ramadan fasten wie in den vorhergehenden Anstalten auch aber auch in dieser Anstalt bekommt er keine seelsorgerliche Betreuung gemäß seiner Religion denn in der Region sei kein Imam ansässig und der Imam aus der Hauptstadt möchte eine Aufwandsentschädigung haben die nicht gezahlt werden könne außerdem würden sich die Gefängnisseelsorger als zuständige Ansprechpartner weigern die Besuche des Imam zu organisieren weil sie nicht einschätzen können für wen sie bürgen würden die Strukturen im Islam seien so undurchschaubar und wenn was schief ginge würden sie verantwortlich sein weil der Imam keinen offiziellen Status für die Arbeit in der Anstalt habe Ahmad könne aber selbstverständlich an anderen religiösen Veranstaltungen der Anstalt teilnehmen wenn er dies wollte dies betrifft zuallererst das Angebot der evangelischen und katholischen Gefängnisseelsorge es gäbe aber auch den Alpha Kurs der christlichen Mission Joshua der Kurs sei zwar keine religiöse Veranstaltung aber im Rahmen eines sozialen Trainings werden christliche Werte vermittelt an dieser Stelle hört die fiktive Reise von Ahmad durch die drei Anstalten auf was hier anhand der drei Anstalten exemplarisch dargestellt wurde gilt in den Tendenzen auch für die anderen untersuchten Anstalten die Reise zeigt dass das Verfahren im Umgang mit individuellen religiösen Bedürfnissen der Insassen gleich die Entscheidung in den einzelnen Anstalten aber unterschiedlich sind hinzu kommen die unterschiedlichen Begründungen bestimmte Anliegen zuzulassen oder zu verwehren bezüglich der kooperativen Religionsfreiheit wird anhand muslimischer Vergemeinschaftungen dargestellt welche Probleme sich im Strafvollzug ergeben wenn Insassen Betreuung und Begleitung wünschen meine bisherigen Ausführungen zur Religionsfreiheit im Strafvollzug haben den legislativen Rahmen judikative Deutung und den exekutiven Umgang verdeutlicht es wurde gezeigt dass die religionsverfassungsrechtlichen Regelungen des Grundgesetzes in das Strafvollzugsgesetz des Bundes beziehungsweise aktuell auch der Strafvollzugsgesetze der Länder übernommen werden der dadurch gesetzte verfassungsrechtliche Rahmen lässt einerseits großen Handlungsspielraum die allgemeinen Marker von Religionsfreiheit in der Rechtsprechung zu deuten und in der konkreten Situation umzusetzen es zeigt sich ebenfalls dass die allgemeinen gesellschaftlichen Problemfelder in der Deutung und Umsetzung von Religionsfreiheit auch im Strafvollzug auftreten begonnen und bei der Frage ab wann eine religiöse Organisation eine Religionsgemeinschaft im Sinne des öffentlichen Rechts darstellt bis hin zu der Frage was eine religiöse Praxis im rechtlichen Verständnis auszeichnet diese Fragen muss wahrlich nicht der Rechtstext beantworten auch ist dies durch die Neutralität des Staates gegenüber religiösen und weltanschaulichen Traditionen nicht geboten in der Rechtspraxis zeigt sich aber sehr wohl dass trotz des offenen Rahmens ein eindeutiges Verständnis von einer Religionsgemeinschaft und einer religiösen Praxis vorliegt nämlich dann wenn entschieden werden muss ob wie im Fall des Strafvollzugs gezeigt der Insasse ein Anrecht auf seelsorgerliche Betreuung ein Gebetsteppich oder Räucherstäbchen hat so gelten Räucherstäbchen nicht als religiös sondern säkular da sie dem alltäglichen Gebrauch zugeordnet werden Gebetsteppiche werden als religiös wahrgenommen aber nicht immer als grundlegend genug um sie in eine notwendig religiöse Praxis einzuordnen religiöse Organisationen werden als säkular wahrgenommen wenn sie vermeintlich dem Vollzugsziel der Resozialisierung dienen religiöse Organisationen werden nicht zugelassen wenn sie zwar als solche wahrgenommen werden aber nicht in das vorgegebene Muster der Körperschaft des öffentlichen Rechts passen ebenso wird die Institution der Gefängnisseelsorge als christliches Konzept der Betreuung und Begleitung von Insassen favorisiert andere Formen der Seelsorge werden entweder nicht als religiös wahrgenommen oder als nicht ausreichend betrachtet das heißt von Fall zu Fall von Anstalt zu Anstalt wird neu verhandelt was Religion und was Recht ist neben den Schranken Regelungen und dem Sonderrechtsstatus die Institution betreffend kann nur über Religionsfreiheit entschieden werden wenn etwas als grundlegend religiös beziehungsweise nicht religiös klassifiziert wird in dem speziellen Fall des Strafvollzugs wird dies besonders deutlich weil religiöse Organisationen keinen Zutritt ohne Erlaubnis bekommen und Insassen für jegliche Belange Anträge zu stellen haben die Reglementierung der sogenannten totalen Institution also nur durch eindeutige Zuschreibung bestehen kann bleibt die Untersuchung an dem jetzigen Punkt stehen können Religion und Recht wahrlich als hybride Entitäten wahrgenommen werden dadurch die unterschiedlichen Dimensionen des Rechtssystems die Begrifflichkeiten von Religion und Recht recht hybrid wirken und im Auge des Betrachters definiert werden doch passiert hier zunächst das was Joachim Koll im Tagungsband der Rechtssoziologie Tagung 2008 in Ozean als Recht definiert Recht ist insofern dialektisch als es eine Wirklichkeit erzeugt und zugleich erzeugt wird Gleiches kann von Religion behauptet werden denn Religion und Recht erzeugen als soziale Tatsachen werden aber auch in sozialen Situationen durch Deutung erzeugt Am Beispiel der Religionsfreiheit wurde verdeutlicht wie dialektisch das Verhältnis von Religion und Recht sein kann Die Hybridität löst sich allerdings auf wenn bei der Untersuchung der institutionelle Kontext in dem der Aushandlungsprozess stattfindet Beachtung findet gemeint ist hier nicht der Rechtsrahmen oder die zeitliche und kulturelle Kontextualisierung sondern die Institutionsstrafvollzug selbst das heißt ausgehend von den empirischen Erkenntnissen die in der fiktiven Geschichte von Ahmad verdichtet dargestellt worden ist zu untersuchen welche Deutungsmöglichkeiten innerhalb des Strafvollzugs vorherrschend sind neben dem religiösen und rechtlichen Rahmen kommt so der institutionelle Kontext hinzu Der bestimmte Kontext der einem Fall des Strafvollzugs zu berücksichtigen ist wird unter anderem durch die Aufgaben des Vollzugs definiert Sie bestehen darin den Gefangenen zu befähigen ein Leben in sozialer Verantwortung und ohne Straftaten zu führen darüber hinaus soll durch die Freiheitssetzung die Allgemeinheit präventiv und aktiv vor weiteren Straftaten geschützt werden Auch die Thematik des Umgangs mit Religion im Strafvollzug angewandt ist zu fragen inwiefern das religiöse Angebot und die religiöse Praxis zu den Vollzugszielen der Resozialisierung und Sicherung beitragen können Aus der Perspektive der Anstalt bedeutet das zu entscheiden ob das vom Insassen beantragte Bedürfnis beziehungsweise das Anliegen religiöser Organisation im Strafvollzug tätig zu werden positiven Einfluss auf das Vollzugsziel hat Die Wahrnehmung von Religion wird also weniger von dem rechtlichen Rahmen und religiösen Verständnis sondern vornehmlich durch die Brille der Strafvollzugsaufgaben bestimmt Die Etablierung des christlichen Missionswerk Joshua und die Ablehnung von Zeugen Jehovas macht dies deutlich Also hier nochmal die Zusammenfassung des methodologischen Einstiegs jetzt die zwei Beispiele Das christliche Missionswerk Joshua bietet den Alpha-Kurs in der dritten Anstalt des Perspektiven Häftling Ahmad an Der Alpha-Kurs beschäftigt sich mit christlichen und gesellschaftlichen Werten und wird aus Anstaltsperspektive als ein sozialer Trainingskurs wahrgenommen Allgemein ist der Alpha-Kurs als praktische Einführung in den christlichen Glauben bekannt Die religiöse Organisation selbst versteht sich als christlich indem die Mitglieder an Jesus Christus als Heiland und Erlöser für unsere Welt glauben Die Anstaltsperspektive auf den Alpha-Kurs und das christliche Missionswerk Joshua wird trotz des eindeutig religiösen Verständnisses der Organisation und ihres Angebots vor allem auf das Vollzugsziel hin ausgerichtet als sozial verstanden Ich zitiere den Anstaltsleiter diese Angebotsträger stellen ihren kirchlichen Hintergrund eben halt so nicht auf den Tisch dass die anderen Insassen sagen nee das ist alles so religiöser Quatsch oder da wird Gehirnwäsche betrieben sondern das ist da auch wieder sehr weltlich orientiert auf die Bedarfslagen der Inhaftierten hier also was weiß ich sich selber dahin zu bewegen was man die eigene Entwicklung so betrachten kann selbstkritisch betrachten kann und vor allem in ganz ganz vielen Gesprächskontakten zu sehen ob man die vielleicht verändern kann verändern will und das ist so die Hauptintention Wie das Zitat des Anstaltsleiters verdeutlicht wird das Angebot von seiner religiösen Prägung in den institutionellen Rahmen adaptiert so gelten bei der Entscheidung weder das religiöse Verständnis der Organisation noch die religionsverfassungsrechtlichen Bestimmungen sondern die Vollzugsaufgaben nach Artikel 2 des Strafvollzugsgesetzes so wird das religiöse Angebot des christlichen Missionswerk Joscha unter dem Bereich Behandlung und nicht religiöse Betreuung verstanden Während das christliche Missionswerk Joscha als Behandlungsmaßnahme im Sinne der Resozialisierung des Gefangenen verstanden wird werden Jehovas Zeugen ausschließlich als religiös eingeordnet Die Jehovas Zeugen selbst verstehen sich als eine internationale christliche Religionsgemeinschaft Sie wurden nach langem Rechtsstreit 2006 in Deutschland als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt De facto habe sich aber durch den Körperschaftsstatus für ihre Tätigkeit nichts geändert und die Praxis in den Anstalten sei gleich geblieben erläutert ein ehrenamtlich arbeitender Zeuge Jehovas ich zitiere ihn wir sind ja eigentlich wie gesagt seit 2006 Körperschaft des öffentlichen Rechts und hätten da eigentlich die Möglichkeit wirklich als Seelsorger mit tätig zu sein früher ist das eigentlich mehr geduldet worden in dem Sinne aber jetzt haben wir einen Anspruch drauf und trotzdem funktioniert das in der Regel nicht so da es keine offiziellen vereinbarungen zwischen der religiösen Organisation und dem Staat gibt sind Zeugen Jehovas in deutschen Strafvollzügen ausschließlich ehrenamtlich und im Rahmen von Besuchen tätig deshalb kommen sie auch in der fiktiven Reise von Ahmad durch drei bundesdeutsche Anstalten nicht vor Jehovas Zeugen möchten aber die Rechte ihres Körperschaftsstatus wahrnehmen und Seelsorge gleich den evangelischen und katholischen Kirchen anbieten doch das wird flächendeckend weder von den Ministerien noch von den Anstaltsleitern gebilligt als Begründung wird auch § 2 des Strafvollzugsgesetzes angeführt wie ein Anstaltsleiter verdeutlicht also ich würde zum Beispiel nicht das Anliegen gab es nämlich schon von Zeugen Jehovas ich würde nicht zulassen dass sie dann vom Haftraum zu Haftraum gehen so wie das draußen passiert von Haustür zu Haustür und dann quasi die Gefangenen darauf ansprechen dass man doch mit ihnen über was auch immer sprechen will also da hat es im Vollzug auch schnell den Charakter dass Gefangene nicht irgendwelchen Dingen ausgesetzt werden sollten die sie draußen auch nicht hinnehmen müssten Sicherheit wird hier nicht im Sinne des Schutzes der Bevölkerung vor kriminellen Aktivitäten verstanden sondern als eine konkrete Gefährdung für die Insassen die ebenfalls schutzbedürftig sind als Sicherheitsgefährdend wird hier die allgemeine Missionstätigkeit Zeugen Jehovas angeführt die Mitglieder im Rahmen ihres Verkündigungsdienstes absolvieren ich komme zu meinem kurzen Fazit in meinem Vortrag habe ich Ihnen anhand meiner Studie zu Religionsfreiheit im Strafvollzug meine methodologischen Überlegungen zu Religion und Recht veranschaulicht es wurde deutlich dass die bloße Verhältnisbestimmung von Religion und Recht nicht ausreichend ist sondern es einer Kontextualisierung bedarf es ist also zu schauen in welchem Kontext Aushandlungsprozesse zwischen Religion und Recht stattfinden in meinem Fall handelt es sich um eine feststehende Institution deren Deutungsmöglichkeiten zu berücksichtigen sind Religion und Recht manifestieren sich so auf der Meso-Ebene die Wechselwirkung findet also nicht nur zwischen Religion und Recht sondern auch zwischen Religion Recht und X oder eventuell auch X hoch N statt zu überlegen wäre meines Erachtens ob in allen Konstellationen in denen Religion und Recht aufeinandertreffen Bezugsgrößen vorzufinden sind die bei der Analyse zu berücksichtigen wären Ja ich freue mich jetzt als nächstes Sabine Frerichs vorstellen zu dürfen wir kennen uns schon eine ganze Weile und zwar aus Bamberg wo sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Doktorandin war als ich auch eine Zeit dort verbracht habe aus dieser Zeit ist sowohl eine ähnliche theoretische Grundorientierung her vielleicht zu erklären die sich zumindest was den Abstract angeht schon in manchen wiederfindet aber vor allem und das zeichnet nun das besondere Profil von Sabine Frerichs aus hat sie mit einer Arbeit zur Vergerichtlichung von Politik zu Judicial Governance gearbeitet und sich damit insbesondere in der Rechtssoziologie bzw. der politischen Soziologie einen Namen gemacht sie ist jetzt an der Universität in Helsinki und präsentiert eine Forschung von der ich erstmals durch diesen Abstract gehört habe und ganz erfreut war dass sie sich nun auch der Religion zugewandt hat es geht nämlich um die ägyptische Verfassung insbesondere die neue ökonomischen wirtschaftspolitischen Dimensionen der Verfassung im Rahmen der islamischen Wende die in den letzten Jahren stattgefunden hat es ist dies eine Frage die gegenwärtig ja in vielen Bereichen eine große Rolle spielt des Umgangs mit solchen Verfassungsregimen in denen die Religion eine dezidiert und explizit starke Rolle spielt die Arbeiten von Ron Hirschel sind in diesem Kontext virulent und wir sind sehr gespannt auf den Vortrag der den schönen Titel Organized Hypocrisy in Anlehnung an Krasner und dann den Untertitel Egypt's Economic Constitution under the Muslim Brotherhood trägt bitteschön schönen Dank Matthias ich freue mich sehr um diese Gelegenheit zum sprechen zu haben und bin aber nicht ganz sicher ob ich der deutschen Sprache wirklich noch mächtig bin also sehen Sie im Vortragstitel der ist auf Englisch ich wollte auf Deutsch natürlich sprechen aber ich merke ich merke gerade in dieser Veranstaltung dass das akademische Deutsch doch aus sehr langen komplizierten Sätzen besteht und die habe ich ein bisschen verlernt also seitdem ich in Helsinki bin Organisierte Heuchelei auf Deutsch es bei diesem Titel handelt sich es eigentlich jetzt um eine Ankündigung in welche Richtung ich gehen möchte und ich bin mir noch nicht so ganz sicher ob ich wirklich mit dem Konzept am Ende arbeite aber Matthias hat da ganz recht Organisierte Heuchelei ist ein Konzept in der Politikwissenschaft was aber ursprünglich aus der Soziologie und dann nämlich aus der Organisationssoziologie kommt Nils Brunsen auf den bin ich da gestoßen also es hat mit diesen Organisationssoziologischen und dann auch Institutionensoziologischen Fragen zu tun im Sinne einer Entkoppelung von der rhetorischen Ebene und der Handlungsebene in Organisationen so das zunächst zur Einleitung ob ich mich wirklich der Religion zugewendet habe das weiß ich noch gar nicht so genau und die Funktion dieser Tagung für mich hat auch das herauszufinden oder mich ein wenig in Religionssoziologie von ihnen fortbilden zu lassen Eigentlich arbeite ich mehr an der Schnittstelle von Wirtschaft und Recht und dann in Bezug auf Europa also ist es ein bisschen überraschend dass ich mich jetzt selber hier stehen sehe an der Schnittstelle von Recht und Religion und Ägypten dazu möchte ich den Hintergrund auch ganz kurz erläutern durch sowas was man im christlichen Rahmen eine Fügung vielleicht nennen würde da habe ich mich im Januar, Februar 2011 in Ägypten zu einem Forschungsaufenthalt wiedergefunden und da ging dann gerade die Revolution los also ich habe die dann praktisch in in der Entfernung eines Fußmarsches von meiner Wohnung miterlebt und konnte mich seither der Thematik nicht mehr entziehen also eigentlich als ich in Ägypten war habe ich gesagt ich gucke mir Europa von außen an und dann bin ich aber auf diese ägyptische Thematik gestoßen so also mein Vortrag heute besteht mehr aus Bausteinen die ich Ihnen vortragen möchte und nicht aus einer geschlossenen Argumentation also ich werde sowohl auf Sachen Bezug nehmen die ich schon geschrieben habe aber auch Sachen die ich erst so etwas explorativ hier in den Raum stellen möchte so also die Gretchenfrage nun wie halte ich es mit der Religion in dieser Thematik ein Anfangspunkt ist und das ist vielleicht der Titel dieses Pendels der da ausschlaggebend ist religiöse Prägungen moderner Rechtsordnungen meine Anfangsfrage ist Ägypten eine moderne Gesellschaft es ist für Soziologen ja nicht so ganz selbstverständlich davon auszugehen weil moderne Gesellschaften per Definition im Jahr westliche Gesellschaften sind das etwas provokant formuliert also Ägypten als eine moderne nicht westliche Gesellschaft eine nicht westliche nämlich arabisch islamisch geprägte Gesellschaft also wie hält es sich da mit unseren ganzen soziologischen Konzepten die ja zum Teil doch auch eurozentrisch geprägt sind und das sich vielleicht heute auch noch zeigt also für mich war eigentlich am Beginn klar ja natürlich ist Ägypten eine moderne Gesellschaft aber wenn man dann ein bisschen in Konzepte hineingeht wird es schon wieder schwierig und um das zu illustrieren möchte ich mit dem World Values Survey beginnen der auch in Ägypten durchgeführt wird also Wertorientierung studiert und das Ganze in einen modernisierungstheoretischen Rahmen stellt wonach Werte sich typischerweise von traditionell religiöser Prägung hin zu säkular rationaler Orientierung bewegen das ist eine Dimension dieses dieses Erklärungsrahmen des World Values Survey eine andere Dimension die zweite Dimension die dann so ein Koordinatensystem aufspannt ist die Entwicklung der Wertorientierung von Überlebenswerten materialistischen Werten zu Selbstverwirklichungswerten einer mehr postmaterialistischen Orientierung so ich habe in einem einem Bericht über Ägypten aus dem Jahr 2010 eine Auswertung des in Ägypten durchgeführten World Values Survey gefunden und war ein bisschen geschockt weil man wirklich versucht hat dort im Rahmen dieses modernisierungstheoretischen Rahmen dann die in Ägypten vorgefundenen Wertorientierungen zu interpretieren und das ist zum Teil sehr verwirrend weil weil es nicht so recht passt und ich werde das kurz illustrieren also eine Sache ist klar man findet in Ägypten eine sehr hohe Religiosität Zentralität der Religion in verschiedenen Items wird dort natürlich gemessen so das spricht dann eigentlich für eine traditionale religiöse Orientierung im Gegensatz zu einer säkular rationalen Orientierung nun ist es aber so dass zum Beispiel in Ägypten auch ein sehr hohes ein eine sehr hohe ein sehr hohes Commitment zur Demokratie gemessen wurde obwohl es die ja eigentlich nicht gab also 2010 vor der Revolution also höhere Werte als eigentlich in den westlichen Demokratien was dann erklärt werden kann ja wenn es das nicht gibt dann will man es umso mehr also das da gibt es sehr hohe Werte nur wo sie noch niedrig waren war in Aktivitäten die eben demokratischen Inhalt sind wie zu Demonstrationen gehen oder Petitionen unterschreiben oder sowas so also wir haben hier schon mal so einen kleinen Konflikt zwischen traditionellen und und eher modernen liberalen Orientierungen und in Anbetracht dessen dass im World Values Survey darauf hingewiesen wird von dem von dem Autor des Ganzen dass zum Beispiel eine traditionelle Orientierung die sich dann übersetzt auch in eine mangelnde Toleranz gegenüber was westliche Gesellschaften als sehr fortschrittlich empfinden wie liberale Haltung zu Homosexualität Abtreibung Scheidung Gender Equality und so weiter dass das sich eigentlich dann auch in Demokratie übersetzt also dass diese Toleranz zu anderen Lebensformen sozusagen wenn man das so sagen kann sich in Demokratie übersetzt und und dass sowas dann eigentlich arabisch-islamisch geprägte Gesellschaften nicht für Demokratie prädestiniert also das ist so ein alter Erklärungsrahmen eigentlich und so diese diese demokratische Welle wie es genannt worden ist in den arabischen Ländern passt da nicht so ganz rein ein anderes Beispiel wo es mit dieser Entgegensetzung ein bisschen schwierig wird ist ist wenn man sich anschaut wie sich zum Beispiel die die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt entwickelt hat dann kann man sagen dass in der sozialistischen Phase Ägyptens so es so einen Trend nach oben gab und das natürlich also die Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt dann auch politisch unterstützt wurde aber dann so in den 80er 90er Jahren wo es dann eigentlich die offizielle Liberalisierung in eine kapitalistische Richtung gab dass es dann zur gleichen Zeit und im Wechselspiel eigentlich auch so einen Aufschwung einer mehr traditionalistischen islamisch konservativen Haltung gab also dass es dann wiederum hieß von bestimmten Seiten dass Frauen eigentlich auf dem Arbeitsmarkt nicht zu suchen haben also wenn man sich jetzt die Entwicklung weiblicher Beschäftigung anschaut dann kann man das nicht einfach auf kulturelle oder traditionelle Prägung oder religiöse Prägung schieben sondern man muss sich dieses Wechselspiel zwischen sozialistisch kapitalistisch islamisch anschauen sodass das verkompliziert natürlich diese sehr vereinfachten Beobachtungen in diesem World Value Survey und es gibt andere Beispiele mehr zum Beispiel dass den Ägypten einerseits eine materialistische Grundhaltung nachgesagt wird also über Lebensorientierung ich brauche einen Job und es geht mir nicht so sehr um die Selbstverwirklichung im Job ganz klar aber andererseits dass eine geringe Sparquote beispielsweise darauf hindeutet nicht auf Armut oder sowas sondern dass sie doch eine konsumistische Haltung bereits angenommen haben dass sie ihr Geld verschwenderisch für Konsumzwecke ausgeben also ich ende hier mit mit diesem Ausflug zum World Value Survey ganz einfach als Einstieg für so ein modernisierungstheoretischer Erklärungsrahmen für Ägypten hat doch so seine Defizite so kommen wir ein bisschen genauer zum Recht und zum Verhältnis von Recht und Religion und da möchte ich tatsächlich auch einen Bezug zu zum World Quality Ansatz zum meyerischen Weltgesellschaft Weltkultur Ansatz herstellen und zwar geht es jetzt ganz konkret darum dass als ich in Ägypten war und diese Revolution miterlebt habe und mir so angeschaut habe was Mubarak in seinen Fernsehansprachen an die Nation gesagt habe dass ich dadurch sehr überrascht war wie stark der Verfassungsdiskurs ausgeprägt war also nicht nur von den Revolutionären sondern auch von dem amtierenden Präsidenten und das hat mich dann beim drüber nachdenken doch sehr daran erinnert dass das ein Beispiel dieser weltpolitischen Verbreitung einer bestimmten liberalen Verfassungsrhetorik sein kann während natürlich eine Entkopplung dann auf der Ebene dessen zu beobachten ist was tatsächlich stattfindet also was städtlich stattfand war dieses Notstandsrecht über Dekaden während Mubarak in seinen Fernsehansprachen den Schutz des Verfassungsstaates den Schutz des Rechtsstaates fördern wollte wo er auf die auf die das Recht auf freie Meinungsäußerung und Demonstration im Rahmen des Rechts hingewiesen hat also es findet seine Grenzen in der Rule of Law wo er Law and Order bemüht hat natürlich und wo er letztlich und das das kam ja am ironischsten vor gesagt hat es kann nicht so einen schnellen Wechsel geben weil Verfassungsänderungen die er dann vorgeschlagen hat in einer der Fernsehansprachen ihre Zeit brauchen also er hat so ein prozeduralrechtliches Argument dann eingeschrieben dafür dass er nicht zurücktreten kann sondern dass man sich die Zeit für einen ordentlichen rechtlichen Verfassungsänderungsprozess geben muss und so weiter und Sie wissen wie das geendet hat also in dieser dritten Fernsehansprache von Mubarak ein Tag vor seinem tatsächlichen Rücktritt haben die Ägypter ihre Schuhe in die Höhe gehalten um ihm ganz deutlich ihren ihren Missmut auszudrücken so also das war mein erster Einstieg in etwas was man ein bisschen soziologisch theoretisieren könnte der nächste Einstieg war dann zu theoretisieren was eigentlich Verfassung und Verfassung aus einer mehr materiellen substanziellen soziologischen Sicht in Ägypten gemeint haben ich habe dann ein Papier geschrieben was einen Clash of Constitutions behauptet hat den ich ganz kurz illustrieren möchte ausgehend von Max Weber können wir verschiedene Idealtypen unterscheiden Sie kennen die Idealtypen sozialen Handelns traditionales Handeln affektuelles Handeln wertrational zweckrational also diese Idealtypen die helfen uns bestimmte bestimmte Handlungsorientierung zu verstehen Idealtypen gibt es auch für legale Herrschaft oder Legitimität und es gibt Idealtypen von Max Weber selbst formuliert auch für Recht und kleiner Ausschnitt am Rande das Kadirecht in seinen Worten wäre dann irrationales materielles Recht im Unterschied zum formalen rationalen westlichen Recht also auch hier so eine modernisierungstheoretische Ausrichtung vielleicht so man kann Idealtypen auch für Verfassungen in einer funktionalen oder materialen Hinsicht empfinden man hätte dann sowas wie Wirtschaftsverfassung Rechtsverfassung Sicherheitsverfassung Sozialverfassung politische Verfassung und so weiter und diese verschiedenen Verfassungsidealtypen würden auf unterschiedliche Wertsphären in der Gesellschaft hinweisen die auch miteinander konfligieren oder unterschiedlich funktional ausdifferenzierte Wirklichkeiten die miteinander in ihren Rationalitäten konfligieren so das das alles hatte man und ich habe und man kann diesen Clash of Constitutions dann auch quasi in der Revolution in dem Aufstand verwirklicht sehen dass die Verfassungstypen die eigentlich die Werthaltungen der Bevölkerung ausdrücken oder große Teile der Bevölkerung nicht mit den Verfassungstypen die die Diktatur aufrechterhalten haben im Übereinstimmen also quasi die das Sicherheitsregime und die politische Verfassung sind in einem ganz deutlichen Clash da gewesen das andere was man mit dem Verfassungsbegriff machen kann wenn man soziologisch argumentiert ist Living Constitution was was direkt von von dem ich habe jetzt gerade gelernt das ist gelebtes recht und nicht lebendiges und nicht nicht lebendes recht heißt auf deutsch also Living Constitution ist ist genau das was man dann soziologisch beobachten könnte also dass das was eigentlich die die Werthaltung der Bevölkerung ausdrückt dass das dann auch nochmal was anderes ist als das formale und auch das materielle Verfassungsrecht so und und von meinem Empfinden war Living Constitution das was man in Ägypten erlebt hat und was man auf dem Tahrirplatz erlebt hat also dass da eigentlich eine eine Werteordnung realisiert worden ist die natürlich auch in den Köpfen der Leuten schon immer da war aber dass die sich dann quasi gegen die die Ordnung des Regimes hat durchsetzen können das war dieser Abschnitt und jetzt werde ich ein kleines bisschen genauer auf Religion eingehen Religion und Verfassung weil ein Einstieg in meine Fragestellung Recht und Religion im heutigen Ägypten natürlich sein muss wie war es vorher also jetzt haben wir die Muslimbruderschaft und Morsi an der Spitze und sehr viel Aufregung ist dadurch entstanden dass in dieser neuen Verfassung die Ende letzten Jahres ja unter sehr pressierten Umständen durchgedrückt worden ist dass da drin steht dass das Prinzip das islamische Law das Prinzip ich lese das mal genauer das das also Islam ist die Religion des Staates die Prinzipien der islamischen Scharia sind die sind die Prinzipien der Rechtgebung und dieser Artikel ist nicht neu also es gab auch in der vorigen Verfassung in der von 1971 und weiter zurück habe ich noch nicht geschaut quasi dieselbe Formulierung nur dass sie in Jahren 1980 verschärft worden ist wo es dann wirklich hieß die Prinzipien des islamischen Rechts der Scharia sind die Prinzipien der Rechtgebung vorher war das wohl eine unbestimmtere Formulierung dass es auch Prinzipien der Rechtgebung sind aber nicht die Prinzipien so also das das ist gar nicht neu aber man kann natürlich sagen dass unter Mubarak vielleicht nicht die gleiche Gefahr bestand dass das dann zu einer Oktroyierung von religiösen bestimmten religiösen Interpretationen wird und tatsächlich sind dann die Kritiker einer solchen religiös orientierten pseudoliberalen Verfassung oder wie auch immer man das dann hinstellen möchte diese haben darauf hingewiesen dass es noch genauere Bestimmungen in der neuen Verfassung gibt die Anlass zur Sorge bereiten nämlich dass deutlich gemacht wird an einer Stelle welche Schulen des islamischen Rechts oder dass es die klassischen Schulen islamischen Rechts sind die zur Auslegung ausschlaggebend sind und nicht etwaige Reformschulen da kann ich mich aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen hier und was neu ist ist auch dass Al-Azhar die oberste religiöse Autorität der Sunni Muslime in der Verfassung erwähnt ist und ein Mitspracherecht quasi erhält oder eine Beratungsfunktion bekommt zu bestimmten Sachen befragt werden muss so und das kann man tatsächlich heute sich schon anschauen wie die Interaktion mit Al-Azhar läuft und darauf möchte ich jetzt ganz kurz in zwei ganz aktuellen Beispielen eingehen die dann auch noch genauer erforscht werden müssten das eine ist der IWF-Kredit der gegenwärtig unter Verhandlungen steht also seit zwei Jahren laufen ja schon Verhandlungen zwischen Ägypten und der jeweiligen Führung und dem internationalen Währungsfonds darüber ob Ägypten so ein Kredit gewährt werden soll und Konditionen so ein bisschen mit Fragezeichen weil das nicht so richtig öffentlich gemacht wird aber einiges ist natürlich klar in welche Richtung Reformen gehen müssten um diesen Kredit zu erhalten so in der Auseinandersetzung zwischen Recht und zwischen sagen wir säkularen und religiösen Parteien in Ägypten spielt dieser IWF-Kredit auch eine Rolle also zum Beispiel in diesem Fall die Salafisten aber vor einem Jahr habe ich einen Eintrag gefunden auch Muslimbruderschaft Mitglieder haben darauf hingewiesen dass so ein Kredit Wucherei Zins Wucherei bedeutet und deswegen verboten sein müsste und dass Al-Azhar quasi das dann auch sagen müsste das geht nicht und dass die Regierung darauf dann auch hören müsste ganz einfach gesagt also das ist ein Beispiel da wird eben auch auf dem Gebiet der Religion gekämpft mit mehr säkulare Kräfte ein bekannter Arbeitsrechtler Khaled Ali macht das auf einer Legalitätsebene dass er sagt so ein Kredit kann jetzt nicht abgeschlossen werden weil es ja gar kein weil die eine Kammer dieses zwei Kammern Parlaments ja gar nicht da ist also im Moment ist nur der Schura-Kounsel der Schura-Rat am arbeiten und eigentlich die Budgethochheit liegt bei der normalen Kammer des Parlaments und das ist ja derzeit aufgelöst also hier so ein Thema ein anderes Thema was ich erwähnen möchte ist Sukuk islamische Bonds islamische Anleihen oder ein Finanzierungsinstrument was es sowohl auf privater als auch auf staatlicher Ebene geben kann also wo der Staat per Staatsanleihe dann auch Geld bekommt was wieder wichtig ist Ägypten in dieser Budgetkrise und wo kriegt man Geld her und man kriegt Geld vielleicht aus den arabischen Ländern wo viel Geld zu haben ist aber wo dann eine Orientierung auch an islamischen Finanzierungsinstrumenten höher ist und das war in Ägypten noch überhaupt nicht da ich glaube die haben gesagt bei 5% sind solche islamischen Instrumente und sie wollen das jetzt auf 50% hoch treiben so und das interessante jetzt hier in puncto organisierte Heuchelei oder wie auch immer man das dann theoretisch rahmen möchte ist dass es das einerseits natürlich der Versuch gemacht wird jetzt mit der Legitimation des Islams zu arbeiten also dass man sagt dieses Instrument unterliegt nicht oder ist nicht kann nicht gebrannt werden als Zinsbucherei sondern es hat eine andere Finanzierungsform die von gewissen islamischen Kräften eben als akzeptiert bezeichnet werden kann so das ist das eine also da versucht man eben diese islamische Legitimation zu beziehen und andererseits und das ist dieser Aspekt der organisierten Heuchelei wird dann bewusst gesagt aber das ist gar kein islamisches Finanzierungsinstrument und wir müssen das Wort Islam gar nicht verwenden das ist einfach nur ein cleveres Finanzierungsargument und wir wollen nicht so aussehen als hätte das jetzt wirklich mit dem Islam zu tun und es spricht nur bestimmte Leute an also es in dem Tathergang sozusagen dieser Gesetzgebung soweit ich das jetzt studieren konnte ging es dann darum dieses Wort islamisch zu streichen und das erscheint mir doch ein bisschen paradox also both and man will beides machen ein letzter Aspekt den ich nennen möchte und dann muss ich wahrscheinlich schließen ich habe ein Papier geschrieben zur moralischen Ökonomie in Ägypten was gleicherseits mit Recht und vielleicht auch Religion zu tun hat darauf würde ich dann in der Diskussion eingehen wenn das von Interesse ist aber der Punkt ist dass man dass man in diesem Fall moralische Ökonomie als Interpretationsinstrument da nutzt wo es um Brotaufstände geht und einige von von Ihnen werden das vielleicht wissen dass die ägyptische Revolution auch mit einem Slogan gearbeitet hat Brotfreiheit Gerechtigkeit also im weitesten Sinne auch ein Brotaufstand war und in diesen in der Perspektive moralischer Ökonomie geht es darum dass es um das Recht auf Brot oder das Recht auf Lebensunterhalt sozusagen geht und in diesem Zusammenhang kann man sich dann anschauen wie mit Brot in Ägypten Politik gemacht wird und um das ganz kurz zu sagen da liegt die Muslimbruderschaft oder da liegt Freiheit und Gerechtigkeit die Partei die darauf aufbaut und Morsi ganz auf der Linie der vorigen Regierungen also Subventionen runterschrauben und da da kommt dann auch wieder der IBF ins Bild so abschließend Habe ich noch ein oder zwei Minuten? Nein eineinhalb Ja ich möchte es doch ich möchte das doch noch machen Sie haben vielleicht um Ostern herum mitbekommen dass ein ägyptischer Comedian einbestellt wurde weil er unter anderem auch den Islam beleidigt hat und Atheismus vorantreibt also das war einer der Anklagegründe aber im Grunde weil er sich über Morsi lustig macht wofür es sehr sehr viele Gründe gibt und in diesem also dann habe ich versucht rauszukriegen was denn jetzt diese religiösen Einwände waren weil in dieser neuen Verfassung auch freie Meinungsäußerung natürlich eingeschränkt wird wenn es gegen Scharia oder gegen die Prinzipien der moralischen Ordnung verstößt und was ich da gefunden habe ist dieser Spruch den Sie vielleicht auch schon gehört haben also Morsi hat in einem Zusammenhang gesagt Gas and alcohol don't mix und er wollte da wohl auf dieses Sprichwort don't drive and drink hin kein Alkohol am Steuer oder dein Auto verträgt kein Alkohol das sind so die deutschen Kampagnen da so und der Comedian hat dann daraus gemacht also der hat sich darüber lustig gemacht also Morsi ist hat ja in Amerika sein PhD gemacht aber sein Englisch ist halt ein bisschen brüchig und Gas and alcohol don't mix und dann hat der Comedian gesagt dass auch Religion und Politik don't mix und the drunk does not do the driving the liar ends in the fire and sometimes also the president also er hat er hat in diesem Zusammenhang dann Religion und Politik und Präsident als Lügner Lügner gehen zur Hölle und so also in so einer Äußerung ist eben unter diesen Anklagepunkt Beleidigungen des Islams gefallen das noch als kleines Beispiel und so als abschließende Frage an Sie ich habe bisher mit verschiedenen soziologischen Begriffen versucht zu arbeiten und insbesondere dann aus der Rechtssoziologie und und auch mit aus der Wirtschaftssoziologie herumgespielt mir ist aber bisher noch nicht so ganz klar welchen eigenen Antrag Anteil Religionssoziologie haben kann also Religion als was als soziologisches Konzept und was meint es dann und was erklärt es dann also ich merke dass viele meiner Konzepte eigentlich von der allgemeinen Soziologie her kommen und und mit der Religionssoziologie als Teildisziplin die natürlich auf die allgemeine Soziologie zugreift da da würde ich einfach mal fragen was was ihre Ideen da sind oder wo wo sie den Erklärungswert sehen weil weil bei mir immer noch so eine ganz große Hemmung darin ist und wir haben über die Definition von Religion ja schon kurz gesprochen wer definiert das eigentlich und was meinen wir damit und was ist es dann als soziologisches Konzept Dankeschön Applaus und 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 das ist dann die jubel und jubel das ist dann und die 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 die